So, äh, direkt Instant Bun. Ich drück mal auf Spielen. Mal gucken, ob das Endgame geht. Mal gucken, ob ich Nahkämpfer noch spielen kann. Ob ich überhaupt noch weiß, wie das funktioniert. Hm-mm. Mal schauen. Bin jetzt so auf Boogie getrimmt. Hm. So, wie geht das jetzt hier? Ein bisschen leiser. Boah. Pst, was hab ich denn jetzt gedrückt? Ich hab doch nur Shift gedrückt. Strange. Ist ein bisschen leiser, oder? Definitiv zu leiser. Ähm. Besser. Viel besser. Viel, viel besser. Ah. Dreck spielen? Was? Bitte, was? Hm. So. Was geht denn hier? Was ist denn das? Katalysator. Mhm. Was hab ich denn eigentlich für Fähigkeiten? Oder mal ganz kurz? Muss man eben Klingensturm? Alles klar auf der rechten Maustaste. Flügel sind auf A. Blutiger Schnitt auf W. Blut für Blut auf D. Auf D? Ist aber auch eklig. Welcher? Zorn sind Ketten. Auf S. Ob mir das gefällt, weiß ich noch nicht. Blutiger Schnitt ist total okay. Der ist mega geil. I love it. Muss jetzt mal gucken, wie ich das ja alles eigentlich geskillt hab. Ähm. Achso, ich bin da noch gar nicht so weit, ne? Hat die nicht irgendwann Heilung? Das hier will ich definitiv. Ne. Hat die nicht Blut für Blut war das mit Heilung, ne? Hm. Hm. Das ist alle meine Fähigkeiten, hinhauen und abhauen. Hallo, iPhone, moin. Mittlerweile Stufe 59 erreicht. Dickes GZ. Ui. Erinnert mich immer an God of War. Sondern das was? Den hier. Und zerstörbare Ketten. Ich glaub, das hab ich da auch. Genau. Den nutze ich auch. Ähm. Den hier weiß ich gar nicht, ob ich den überhaupt will. Mach der Sinn? Ich hab doch nur nur ein Feuer geskillt, oder? Hab ich irgendwo mal... Wo ist denn eigentlich... Wo ist denn... Ich hab noch mal ganz kurz. Ich suche. Da. Okay, dann kann ich den äußeren Ring gleich mal drehen. Die Frage. Ja, dann wird später umgeskillt. Keine Ahnung. Aber ich will definitiv diesen skillen. Wippen, Nahkämpfer. Hi, Salty Mike. Ja, es hat ein paar. Hallo, Baron. Moin. Assassinen-Segment. Gibt's heftige Crit-Notes? Ja, ich weiß. Das weiß ich mit dem... Ähm... Mit dem Bogen. Snakehawk. Moin. Die... Ich muss eh mal gucken. Das hier ist alles nicht so sinnvoll. Also später werde ich den hier eh komplett umskillen müssen. Ich bin so viel Rotz geskillt. Stimmt, momentan ist es noch billig, ne? Physische Giftserreißungsschaden werden erhöht. Du kannst keine andere Arten von Schaden zufügen. Ist halt auch gefährlich, ne? Hallo, Eisenheinrich. Wo stehst du denn in der Story? Hier im, ähm... Ich glaube, irgendwo in Akt 2. Ich glaube, irgendwo in Akt 2. Die dunkelste Dämmerung. Mhm. Nur noch morgen? Nein, ist es endlich soweit. Was denn dann? Urlaub, Bini. So, also da will ich definitiv hin. Ein Kind der Wut. Ja? Wütender Appetit. Passive Wutregeneration statt Willenskraft. Herrlich. Dauerhaft gut. Richtig schön. So, und dann geht der hier nämlich auf Feuerschaden. Das heißt, es ist vielleicht... Das ist vielleicht gar nicht so blöd, irgendwie alles auf Feuer auszulegen. Physischer Schaden in Feuerschaden. Das wäre eigentlich gar nicht so dumm. Dann gehen wir halt auf Feuer. Urlaub, Urlaub, Urlaub. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, hier muss ich mir irgendwann mal irgendwie was Sinnvolles raussuchen. Wobei ich mit den Punkten vielleicht sogar hier hinterkommen würde. Momentan schon. Wenn ich den zurücksetze. Brauche ich mal etwas Kultur ab. Gerade das grausamste Deutsche etwas gesehen sei DSDS vermutlich. Okay. Das klingt schlimm, Eisner Heinrich. Fasching. Der wird 22 brauchen, um da hinzukommen. Na, dann geht's ja. Das hab ich da. Ist doch easy. Ja, dann lasst mal zurücksetzen. Lasst mal gucken, dass ich das ein bisschen anders gestalte hier mit dem... Dann gehe ich mit dem Nahkämpfer auf Feuerschaden. Ich hoffe, das ist sinnvoller. Bruch. So, na, dann schauen wir doch mal an. Dann versuchen wir erstmal relativ glatt dahinter zu kommen. Irgendwie. Ich weiß nur noch gar nicht, ob ich den hier... Wobei das natürlich, ne? 60% auf Gesamtwert der kritischen Trefferschance ist natürlich... Das ist natürlich schon irgendwie sexy, du. Ach ja, äh, äh, äh... Blutgenerierung bei Treffer. Was ist das hier? Gesundheitsregenerationsrate. Ja, die ist definitiv wichtig, vor allem im Singleplayer. Sonst, weißt du, sonst... Die sind halt... Eigentlich ist der... Das Ding hier, das wird's da halt am liebsten wirklich das komplett skillen, ne? Dieses... Deswegen war das komplett geskillt. Weil das halt einfach schön ist, so. Das hier wäre dumm. Das hier wäre blöd, weil ich dann meinen Feuerschaden wegnehme. Also der... Der... Die Reihe hier, die lasse ich definitiv aus. Was ist das? Lebensdiefstrahl. Schadenprogene in der Nähe im Umkreis von 4 Metern. Ja, das ist natürlich beim Boss ziemlich nutzlos. Also je nach Boss, aber... Hm, hallo die 10. Plage. Hallo Olaf. Zwei Wochen wird später nochmal umgeskillt. Hallo Atlas. Und da mache ich ruhig. Dienstag Mittwoch geht's zu anderen Faschingsvereinen. Samstag ist dann unsere letzte Veranstaltung. Und dann eine Woche Urlaub zum Erholen. Dann die anderen Punkte noch setzen. Ja, höchstwahrscheinlich. Aber selbst dann muss ich ja gucken, wo ich lang will. Also selbst dann ist es ja entscheidend, dass du nicht unbedingt wo lang gehst, wo du so gar nicht lang willst. Ja, lass mal hier so rumgehen. Dann werden wir hier rumgehen. Ich bestätige das erstmal. Jochen! Jawohl! Jochen, vielen lieben Dank für den Reset. Dankeschön für 23 Monate im Kokon. Du bekommst 40 Zentimeter mehr Platz für eine kleine Computerecke in deiner Gummizelle, die du im nächsten Monat vermutlich verstärkt frequentieren wirst. Dankeschön. Hallo Sonic, mal moin. Genau so ist es rauf. Wo wusstest du? Hallo Sakura. Es ist einfach etwas verstört, weil sie bei uns heute Abend ihren Faschingsumzug machen. Es nervt auch wirklich. Es ist einmal im Jahr. Man muss sich dann immer denken, es ist einmal im Jahr. Wollte ein Giftbild machen, finde ich auch keine passende Ausrüstung dafür. Aber man kann auch umsockeln und umdingensen alles. Das ist Kuma. Es gibt doch, du kannst doch bei der Sockelfrau, kannst du, also erstens kannst du Sockel neu rollen, was für Sockel drauf sind. Und zweitens kann man doch, glaube ich, auch bei Ausrüstung, wenn du jetzt zum Beispiel, angenommen, du hast Gift reingesockelt in eine Ausrüstung. Und dann kannst du einen Perk darauf, also so ein magisches Ding darauf, umbüpsen in das aus den Sockeln quasi. Dass der da was draus nimmt, irgendwie so funktioniert es. Ries ist ein wunderschönen guten Abend. Schwierig zu erklären. Das habe ich selber noch nicht gemacht bisher, aber das geht. Aber viel kann man auch mit Sockeln reißen. Ziemlich viel kann man auch mit Sockeln reißen. Riesenskills, oder gibt es schlimmere? PoE ist schlimmer. Nicht? Doch, ich finde PoE schlimmer. Ich finde PoE viel unübersichtlicher. Echt? Hm. Kann mich um. So, dann gehen wir halt in Feuerschaden. Ich will ja sowieso darüber. Dann, äh, zack, da hin. Puff. Das ist schon mal sehr schön. Da haben wir noch 15 Punkte übrig. 100% Wutkosten, wenn Wut über 57 liegt. Fähigkeiten, die bei diesen erhöhten Kosten gewirkt werden, verursachen doppelten Schaden. Ja, das ist schon irgendwie logisch. Aber doppelte Wutkosten, doppelter Schaden. Und hier mal auch mit. So, warte mal. Jetzt will ich eigentlich auch den hier noch, sonst... damit ich wenigstens irgendwie ein bisschen... Also Willenskraftkosten sind mir halt auch mal sowas von Latte. Das kann ich dir gar nicht vorstellen. Da hin. Ja, stimmt. Versuche Waffen etc. herzustellen, habe ich bisher auch noch nicht. Siehste? Da kann man schon ein bisschen mit rumspielen. Also vor allem mit Sockeln habe ich im Online-Modus beim Bogie habe ich ganz, ganz deutlich viel mit Sockeln geregelt. Siri, moin moin, hallöchen. Moin Bossi. Hallo Elzid. Ausrüstung mit Plus Gift damage. Das ist der Punkt, der richtig boostet. Ja, ja, klar. Das ist mir schon klar. Aber du kannst, wenn du Sockel draufpackst, kannst du Giftschaden auf die Sockel packen und dann kannst du den Gegenstand verändern. Anhand der Sockel, die du draufgepackt hast. iPhone. Sowas geht, soweit ich weiß. Das funktioniert. So. Was haben wir hier noch? Globale Life Leach. Ja, Crit ist halt. Also Crit ist schon, also Crit, weiß er? Crit. Ich meine, es ist Crit. Da sehe ich mich auch. War das jetzt sinnvoll? Oder mal gesamtwert kritische Chance auf Angriff? Ja. Ja, wobei der hier vielleicht nicht, oder? Zauber? Ich mache da keine Zauber. Der ist doch Quatsch. Ich zauber doch nicht. Ich setze auf dem Gegenstand, kann man auch neu rollen mit bestimmten Items, die trocken. Genau. Leider auch nur endliche Materialien. Farmen, Farmen, Farmen. Geh, ich mache mal. Okay, das geht mit diesen, warte. Das geht mit den Dingern hier. Würfelt alle magischen Effekte neu aus, welche auf diesem Gegenstand verwendet werden. Es werden alle gesockelten Edelsteine verbraucht, um einen magischen Effekt zu gewährleisten, dessen Stärke von der Stufe der Edelsteine abhängt und dessen Typ zufällig aus allen Edelsteintypen auf dem Gegenstand ausgewählt wird. Fakt ist, wenn du also nur ausschließlich Giftschaden gesockelt hast auf irgendein Item, dann kriegst du halt definitiv als magischen Effekt Giftschaden. Also, sonst wäre es für mich unlogisch. Korbana, schönen guten Abend. Und da gibt es halt unterschiedliche. Es gibt dann auch den hier. Ne, aus dem Sockel. Ach, irgendeins von dem Edelstein? Ah, das ist ja gemein. Ach, vom Edelstein, ah, es ist also nicht vom Sockel abhängig. Ja, okay, da muss man viel spielen. Ne? Ich bekomme, glaube ich, keine Antwort. Tja, weil er dich jetzt dafür hasst, Mox. Hm. Jo carry hat dich hoffentlich begrüßt, ich bin vor allem, Hm, ziemlich angefasst. Jetzt kein einziger Wackauer entgegen, Kapitel 3 friert dauernd ein, Grimmel. Okay, I sit. Hoffe, das passiert mir nicht. vor allem, das ist ja der End-End-End-End-Gegner, oder? Das ist ja der allerletzte. Akt 3 ist doch Ende. Ende Gelände. Hallo, Leifin. Ich mache keinen Schaden, aber immerhin sehe ich gut aus. Das ist schön Koma. So, warte mal, ich muss hier mal ein bisschen, das ist ja, das ist ja, das tut mir ja, in den Augen weh, tut mir das. Das ist ja furchtbar. So, besser. Eigentlich, was die Banken nicht weiter bei Kämpfern können, hat das mehrfach mit Edric. Ich finde, also die Akt-Bosse ganz ehrlich, die sind so abartig schwer, du. Einmal nur ekelig ist das. So, warte mal, was wollen wir denn vielleicht noch? Wenn du einen Gegner triffst, der eine bestimmte Anzahl von Verbrennungsstapeln hat, haben deine Treffer eine Chance, die von dir verursachten Verbrennungsstapel zu verbrauchen und mehr Schaden pro verbrauchten Stapel zu verursachen. 10% Chance, die Verbrennungsstapel des Feindes beim Angriff zu verbrauchen. Wenn die Stapel 5 überschreiten, wodurch der Schaden um 10% konsumierten Stapel erhöht wird. Was sagst du? Jedes Mal, wenn du einen Feind triffst, erhältst du einen entfesselten Rasereipunkt. Jeder Rasereipunkt erhöht deine Angriffsgeschwindigkeit, dein Lebensdiebstahl, verringert dabei deinen Gesamtwert an Widerständen. Oh Gott. Angriffe erzeugen entfesselte Rasereipunkte. Drei Sekunden außerhalb des Kampfes zurückgesetzt. Gesamtwitte Angriffsgeschwindigkeit, Lebensdiebstahl, aber Widerstände halt runter. Oh, ist halt auch böse. Kat, ein wunderschönen guten Tag. Puh, der ist ja gemein. Ja, jetzt weiß ich auch nicht so richtig. Was will ich dir jetzt noch? Vielleicht noch ein bisschen grippen. Kein Mensch braucht Bewegungsgeschwindigkeit. Hach ja, naja, ist jetzt auch nicht so richtig. Die können wir definitiv mal noch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich Live Leech will. Will ich Live Leech? Ja, ist vielleicht nicht schlecht, oder? So als Nahkämpfer im Singleplayer-Modus ist vielleicht gar nicht so scheiße. Was ist denn hier drüben? Nöte Stabedauer. Kommt nie. Projektile. Total toll. Was ist das? Zauber. Ich brauche den Zauber. Immer noch begeistert? Ja. Ja, doch. Ich mag das Spiel ganz gerne. Die Angriffsmuster mal raus hat gegen die Bosse. Das ist halt anders, als wenn man eigentlich dauerhaft auf den Boss Damage macht. Ja, das ist schon richtig, iPhone. Das ist schon richtig. Aber wir hatten also wir hatten an Eldrake zu knabbern im Online-Modus. So als zwei Fernkämpfer war das knackig und hier Akt 2 war es auch. War schon schwierig. Schenkst schönen guten Abend. Cobra danke fürs oder es ist ja sogar Zwangsverflauschen von Kat. Kat ist somit zurück im Kukong im zweiten Monat, bekommt eine größerte, eine vergrößerte Gummizelle. Wupp, 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 mehr Platz und so. Hype. Kubrick, vielen, vielen Dank. Danke für die Unterstützung. Und Nordicai, einen wunderschönen guten Abend. Danke für den Recept. Danke für 14 Monate im Kukong. Du bekommst eine zweite Gummizellenerweiterung und beeindruckende 20 Quadratzentimeter sowie einen Massagesessel. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Schenks hat dich begrüßt und da haut ja Kubrick gleich noch einen raus. Kubrick, danke fürs Zwangsverflauschen von Raven. Das ist der erste Monat. Das ist eine Frischflauschraube. Jawohl. Raven darf es sich in der gesporen sollten Gummizelle gemütlich machen. Zeige ihm bitte die Gemeinschaftsräume und gebe ihm an das Handtuch zur Verteidigung. Danke Kubrick. Vielen, vielen Dank. Und Bini, danke auch an dich fürs Zwangsverflauschen von Kiu. Danke für die Unterstützung. Auch dort wird jetzt eine neue, wunderschöne Gummizelle eröffnet. Bitte zeige die Gemeinschaftsräume und denk an das Wasserhandtuch, Bini. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Danke. Danke, danke. Und Panzerknacker, danke für den Restup, danke für 18 Monate. Du darfst dein Handtuch in die automatische Wasch- und Trockneranlage bringen, damit es endlich mal wieder sauber wird. Danke. Vielen Dank. Schönen guten Abend, Gabler. Hallöchen. Da. Nein, wahrscheinlich gibt's das Handtuch. Ähm, tja, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Gibt's hier noch irgendwo Wildheit oder so zusätzlich? Das ist alles Zähigkeit, Gesundheit. Was ist denn hier drüben? Das ist halt weit weg, ja? Oh, ich weiß nicht, was ich jetzt noch mit den Punkten anfangen soll, echt. Das ist ein belastend. Das hier geht halt, also das hier geht jetzt voll auf, auf Schaden. das Ding, das geht überhaupt nicht mehr auf irgendwie, dass du das was aushaltst, sondern nur drauf. Das ist so das Fressbrett Bild. Neun Skill-Bereich. Ja, es ist halt die Frage, wohin? Das ist Zähigkeit, Zähigkeit will ich nicht, weiß halt will ich erst recht nicht. Nee, Kat, das ist nicht sinnvoll. Nö, es geht, Gabler. Nö, nö, also krasse, mega krasse Bugs hatten wir jetzt nicht. Nein, gibt es nicht, Kat. Nein, es gibt die Raupe nicht im Shop. Die ist Unique. Der Mann hat einen sehr ungünstigen Bug, tatsächlich. Der mit einem Pirk, den er geskillt hat und der Fähigkeit zusammenhängt, der ist ein bisschen eklig. Da knallt sein Kraftschild immer auf Null. So. Also es ist wirklich ein Bug, ein bekannter Bug. Ich bin durch grünen Angriffsweg gegangen zum Wutseil. Hä? Also Angriffsgeschwindigkeit schon gut, au, ist nicht immer gut. Ich kriege schon Schaden Projektile, also Projektile brauche ich ja gleich mal gar nicht. Tegene ist immer praktisch. Man kann nicht alle Punkte voll machen. Den inneren grünen. Also Krit ist schön, Krit ist immer schön, ne? Wolf! Einen wunderschönen guten Abend, Wolf! Hallo, ich gern! Vielen, vielen Dank für den Reset. Ne, musst du gar nicht haben, das weißt du auch. Das weißt du, Freundchen. Dankeschön für 26 Monate. Fühle dich geknüpft, du bekommst einen riesigen, unvergleichlichen, vorsichtsabrechlichen Haufen Nix. Dankeschön. Das ist Zähigkeit. Wo soll denn hier Wildheit sein? Ist ja dann irgendwo. Ausdauerpunkt. Projektilschaden. Angriff Angriff Geschwindigkeit. Hallo, Ruben. Moin, Moin. Am Rand ist eine Zähigkeit. Kriegt mir nichts. Kriegt mir da alles nichts. Hexenmeisterbaum. Was will ich denn im Hexenmeisterbaum? Das ist auch nicht. Das ist ja hier oben, ja, ne? Wie soll ich denn da hochkommen? Einmal quer rum. Kriegt mir mit Beschwörung. Das ist Zauber, das ist Weisheit. Der mittlere lila rechts. Dinger drehen ist keine Option. Ja, jetzt nicht mehr, nein. Nein, ich bin ja einmal durch alle drei durch. Jetzt ist keine Option mehr. Fat Green, was soll ich in dem Hexenmeisterbild gucken? Das ist doch der hier oben, oder? Was ist denn da? Das ist alles Beschwörung. Wer will ich denn mit Beschwörung? Das ist oben des Seuchenbringer. Achso. Was ist der hier, oder was? Masochistische, also Herold des Abgrunds. Ist das Hexmeister? Der rechte mittlere Kreis, der unterste große. rechter im mittlerer Kreis. Neo Adler, danke für den Recep. Ein wunderschönen guten Tag, danke für zehn Monate im Kokon. Du bekommst eine wundervolle Klimaanlage für deine Gummizelle. Dankeschön. Hexenmeister, das Wirken eines Zaubers stärkt deine nächsten Angriffe für kurze Zeit mit zusätzlichen Schaden des gleichen Zaubertyps. Ja, aber ich mache doch keinen Zauber. Zauber, das ist auch Zauber. Nichts Zauber. Nein drunter. Maximale Wut, Willenskraft oder erhöht mehr Zauber Angriffsfähigkeiten wirken kannst. Braucht man das? Also, ich weiß noch gar nicht, ob ich das brauche. Ehrlich gesagt. Ihr meint den hier, oder? Mehr Wut ist definitiv gut, das ist schon klar, aber ich muss erst mal gucken, ob ich den überhaupt benötige. Ich hebe mir einfach mal den einen verbleibenden Punkt auf und wir gucken mal, wie es läuft. Wir müssen ja jetzt erst mal schauen, wie das hier überhaupt geht. Ich weiß nicht mehr, wie der Nahkämpfer geht. Wir fangen mal an. hier. Guck mal, ja, moin. Glatzke, Lutzke, Schlosserknackenske, sehr wichtig, aufs Mauske. Kannst nicht wütend genug sein. Ja, ich glaube auch. Schönen guten Abend, grüß Thomas. so, jetzt gucken wir mal. Achso, ich habe ja dauerhaft Hut. Hallo? Juhu. Ah, stimmt, da muss ich mich jetzt erst mal gewöhnen, dass ich ja nicht erst aufbauen muss, sondern habe. Da freue ich mich drauf, wenn ich das mit dem Bogey habe. Da rotzt nicht alles weg. Da rotzt nicht alles weg. So, ich weiß noch nicht, ob mir das hier so gefällt. Los. Na gut, schon mal gar nicht so schlecht. Ob das erst mal warm werden, das mal warm spielen. Ist ja ganz schön langsam, ne? Bewegungsgeschwindigkeit. Nih, nih, ninh, nih, 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 nih. Taschen-Diebstahl-Skill nicht vergessen, so sieht es aus. Hey Thomas, ha Achin. Na ihr? Hallo. Hinter euch. Was haben wir denn hier? Eine kleine Rüstung. Achso, das war ein Boss. Oh. Also ein Mini-Boss. Hab ich schon gefragt, wieso lebt er denn noch? Was fällt ihm ein? Schade, komm ich nicht bis hin, ne? Noch ein bisschen Reichweitenerhöhung. Was ist das? Achso. Blub, 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 blub. Besser, beziehungsweise macht dir wird das mehr Spaß. Ah, weiß ich nicht. Kann ich schlecht beurteilen. Also ich hab jetzt, ich hab relativ viel Spaß jetzt zum Schluss tatsächlich mit meinem Bogey gehabt. Ähm, weil der aber auch, also... Also dazu muss man sagen, ich hab da echt gutes Equip. Ziemlich cool geskillt. Der fetzt schon. Das macht schon Spaß. Aber du musst halt auch hier... Es ist schwierig zu sagen, was jetzt insgesamt mehr Spaß macht. Das ist echt schwierig. Weil das häufig auch ein bisschen davon abhängt, was du gerade so spielst. Also welchen du aktiv spielst. Der hier ist halt noch low und hat nicht so gutes Gier. Ist langsam. Das ist halt auch ein Punkt. An den ich mich erstmal wieder gewöhnen muss. Von der eigenen Präferenz ab. Ja. Auch, ja. Ja, warte mal. Können wir erstmal die... Mhm. Ja, das hängt von der... von der Präferenz ein bisschen ab. Und davon, wie oft du den jeweiligen Charakter spielst. Amore, Herrlöchen. Mhm. Springiii. Einen wunderschönen guten Abend. Springiii. Hallüchen. Leben heißt rückwärts Nebel. Das ist der Grund, warum wir nie durchblicken. Springiii, danke für den Recept. Danke für 37 Monate im Kokon. Du bekommst den ersten Grundstein für deinen Kamin. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke, danke. Wir haben irgendwas Tolles gefunden. Bis auf irgendwelche komischen Farben, die kein Mensch braucht. Ich krieg die Chance. Es hat Inventarschaden drauf. Macht mehr Schaden. Definitiv, aber... 2,80, 2,90, 4,50. Nja... Ja, das ist noch nicht so wichtig. Medikus! Medikus fiel, fiel in ihm nackt für den Recept. Wie viel Raupen muss ich leersaugen, dass endlich wieder Ordnung und, äh, zorgt, herrscht. Hallo Medikus. Danke für 28 Monate. Ähm... Du bekommst eine wunderschöne, flauschige Ärmeldecke zum Einmummeln. Dankeschön. Wollen wir uns schörlern? Wilhelm hat da wieder abgekackt? Das Teil macht mich wahnsinnig. Das glaube ich dir gerne. Gruppenmitglieder in Zauber oder Funktion zum Wiederbeleben? Ja. Man kann sich gegenseitig retten. Solange man noch lebt. Heiter-Medius. Solange man noch lebt, kann man sich gegenseitig aufheben. Hallo. Wir nehmen die mal. Na ja, mal ein bisschen, bisschen, bisschen austauschen. Hm. Hm, hm, hm. Hey, an die Lola. Langsam. Hm. Hm, hm, hm. Hm. Es gibt bestimmt einige, die, äh, das Spiel und POE gespielt haben. Hoch. Hallo, Death on the go. Hallo, Death on the go. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Das stimmt aber jetzt komisch da, ne? Gibt das immer? Nee, hab ich bisher noch nicht gesehen. Gio. Ich hab's aufhören, Shift zu drücken. Ich bin das so gewohnt vom Fernkämpfer die ganze Zeit Shift gedrückt zu halten. Das ist natürlich beim Nahkämpfer irgendwie ein bisschen untraktisch da. Pff. Also, Shift sorgt dafür, dass man stehen bleibt. An der Position, an der man sich befindet. Du lässt Loot zurück? Naja, die grauen Sachen hatte ich aber in dem, also hatte ich in dem Modus dann auch schon zurückgelassen. Und dann nehme ich auch Blaues nicht mehr mit. Suboptimal, Raupe. Definitiv suboptimal, ja. Nicht empfehlenswert. Um, hm, hm, hm. Umschalttaste. Entschuldigung. Genau die. Hm, hm, hm. Äh, definitiv outstanding. Einige Notes funzen immer noch nicht. Ja, das ist richtig. Schmiede geht nun. Kommen Items am Ende raus und einfach weg. Level 70 angekommen, macht Laune aus und momentan durch die fehlenden Notes und nicht viele Builds am Ende zugänglich, ja. Ja, also das ist halt auch so ein Ding, ähm, was der Mann halt momentan echt bemängelt. Ähm. Dadurch, dass... Das macht bei ihm halt auch, äh, sein Bild kaputt quasi. Das ist dann halt unpraktisch. Wenn dir... Wenn das noch ein bisschen backt. Aber ja, ich denke, das werden sie beheben. Und wenn das dann passt, ist das bestimmt fetzig alles. Hm, trinken, jo. Naja, es gibt verfluchte Truhen, da spawnen dann Monster. Das, äh, sagt dir das Spiel aber vorher. Ja. Also das weißt du definitiv vorher, dass du dann, äh, Vieze expawnt. Nein, das war falsch. Nein, das war falsch. Müll. Ja, kenn ich Giyu. Das ist langweilig, wenn ich das Spiel warnt. Naja, das sind einfach Erfahrungswerte. Also es steht halt an den Kisten auch einfach dran. Was passiert. Das hat da nichts mit langweilig zu tun. Das hier ist kein Dark Souls. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein. Was ist das? Störp poorfälligst. Du brauchst ja die Info an den Kisten nicht durchlesen. Dann ist es wie eine Überraschung. Quasi. Ich glaube, ich muss die eine Tasse, ich muss das umlegen. Ich muss das umlegen und zwar kommt, ähm, nee, der auf A ist okay. Was ist auf der rechten? Klingsturm, oh, Klingsturm könnte ich auch mal benutzen, ne? Ja, ähm. Ich hätte gern, ich hätte gern den dahin, wo der Zorn ist und den Zorn dahin, wo der war. Ja, ich glaube, das ist besser. Könnte ich nur nicht so entscheiden, ob ich mit Stab oder Katalysator spielen soll. Naja, Katalysator ist ja im Prinzip dafür gedacht, wenn du auch Nahkampffähigkeiten benutzen willst. Oder Fernkampf, je nachdem. Also, ne, ob du jetzt Pistole oder noch eine Einwand, Einhandwaffe oder sowas dazu verwenden möchtest. Ähm. Nur dann ist es ja sinnvoll, mit Katalysator zu spielen. Aber ich hab da auch jemanden gesehen, der einen ziemlich coolen Kampfmage-Build gemacht hat. Was echt, also, das sah schon spaßig aus, so. Fand ich. Das sah, äh, spaßig aus, definitiv. Fand ich so. Terence, nee, Beam, glaube ich, hieß der. Beam, Beam, Beam-Twitch, ja, ich glaube. Ist immer noch so zappel, äh, zappeling und energisch. Was? Ich? Nie. Ich muss niesen. Verzeihung. Oh, sei muss nur sein. Oh. Oh. Hallo. Hm, hm, hm. Äh. Hm. Hatte ich hier unten jetzt? Ich hatte, glaube ich, hier unten einen Weg, bin irgendeinen Weg nicht gegangen. Naja, was soll's. Hi, Wing Commander. Hi, Joker. Oh, hey. Not there. Vorsicht, Rutschgefahr. Hm. Irgendwie tief. Toll. Äh. Die ist gerade ausgetauscht, ne? Kann man irgendwas getroppt nehmen. Sieht nicht aus. Feuer. Hier ist ein bisschen Feuerschaden drauf. Ja. Muss ja definitiv mal gucken, ob ich das ein bisschen... Ich brauch ne andere Axt. Ich brauch ne andere Waffe. Ja. Entschuldigung. Sorry, iPhone. Danke fürs Saubermachen. Das hilft. Kann ich bis da hinspringen? Nein. Toll. Ich weiß nicht nur. Wieso kommt der weg? Achso, weil so einer ist, das erklärt es nicht. Großmaragd. Ich fände es beim Ende auch geil. Wieso? 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 Kann ich jetzt mal einen noch finden? So testweise? Geht das? Ob das geht? Das ist für so ein bisschen Geschwindigkeitsgefühl. Oh, ein Skarabius. Skarabius. Eine Raupel, die mir das Fleisch bringt. Was für ein Fleisch? Worum geht's? Noch Kuchen. Mh, ich mag Kuchen. Beerenfleisch. Dieses hier von diesen Beeren. Dieses gute Beerenfleisch. Ich komm dem Skarabius doch nie hinterher. Wieso will ich das machen? Wie langsam. Lul. Oh, das ging ja erschreckend einfach. Okay. Das war erschreckend leicht. Was haben wir denn hier? Na toll. Das ist nichts mies. Da ist keine Schurke. Sieht aus wie eine Schurke. Aus lecker Steak. Beeren Steak. Ich weiß nicht, ob das schmeckt. Du löscht die Items aus der Truhe und setzt Spielstände zurück. Ich weiß nicht, ob sie das mit den Spielständen inzwischen komplett gefixt haben. Ähm. Das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Bin ich mir nicht sicher. Und das mit den Items hängt, glaube ich, mit der Datenbank und dem Partner irgendwie zusammen. Ich weiß nicht genau, wie das... Am besten einfach mal bei denen lesen. Was die dazu schreiben. Also die veröffentlichen ja relativ brav ständig Patchnotes und Infos und alles mögliche, wie es gerade so steht. Das ist dann, glaube ich, besser. Ich hatte bisher noch Glück und bin relativ verschont geblieben, was das angeht. Bei dir ist alles schick soweit. Ja. Also ich glaube, ich hatte mal... Ich hatte mal bei der Kiste tatsächlich, dass mal ein paar Socke, glaube ich, weg waren. Ein paar Materialien. Aber ansonsten ging's. Und Heilbleihhof. Bei mir fehlen lediglich Transmog-Sachen. Ja, genau. Das hatte ich halt auch. Dass Transmog-Sachen weg waren. Aber ja. Ja, Schenks, den Fehler kenne ich auch. Den kann man aber voll easy beheben. Also ich kann dir auch genau sagen, wie der passiert mit der Kiste. Du darfst nicht, wenn du mit Mojabi im Gespräch bist, nicht an die Kiste klicken. Dann passiert dieser Bug mit der Kiste. Dass du das Fenster der Kiste nicht mehr zukriegst. Dann teleportierst du dich einmal weg. Dann ist das Fenster immer noch da. Dann teleportierst du dich wieder zurück. Und gehst du an die Kiste. Dann kannst du das Kistenfenster schließen. Den Bug kenne ich auch. Das war eine Items, wurde gestern im großen Hotfix gefixt. Das mit den Spielschänden bin ich mir nicht sicher, da es nicht aufgelistet war. Aber darum ist es im Internet auch sehr ruhig geworden. Müsste man es mal ausprobieren. Also den kenne ich tatsächlich, den mit der Kiste. Der ist ganz witzig. Aber wie gesagt, der ist ja auch nicht schlimm. Den kriegt man relativ easy behoben. Reicht die Kiste neu einzuklicken? Wenn man Mojabi zu hat. Echt? Das reicht? Na, jetzt geht die nicht weg. Ja, das ist so das Typische. Ah, ja. Alles klar, reicht. Gut. Das ist nice to know. Ich hab mich immer weg-teleportiert, wieder hin und dann ging's auch. Und dann an die Kiste ran. Das ist ein Borgen. Was ist das? Zärkeit. Schwere Sturz, denn die gefällt mir gut. Viele Wege führen nach Rom. Ja, definitiv. Hallo Tier 1 Bus. Dankeschön. Immer neu connected. Aber ein Teleport ist einfacher. Nee, man muss ja nicht mal teleporten, Shanks. Haben wir ja gerade gesehen. Also du bist im Gespräch mit ihm. Du klickst, äh, weil du gerade nicht dran denkst, die Kiste an. Ja, das Kistenfenster schließt sich nicht mehr. Du, äh, klickst die Kiste nochmal neu an. Das Kistenfenster schließt sich. Das ist ganz easy. Das ist natürlich viel leichter. Dann muss man nicht mal wegporten. Auch schön. Ähm. Es geht noch einfacher. So, das kann ich verkaufen. Weg, weg. Äh. Der hatte keine Waffe, ne? Morabi hatte jetzt, glaube ich, keine Waffe. Nein. Was ist das? Was ist das? Strauch hier meine alte Tastatur vom Onkel bekommen? Auf so nahen Instanzen hinter den Wänden finde ich nervig. Ob ich des Öfteren Area Damage trifft? Ja, ja, genau. Das hatten wir heute auch. Das hatten wir heute auch. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Weil die kriegst du halt. Kannst du halt wegmachen. Neue Axt gefunden. Ja, das macht, äh, viel aus. Waffe wichtig. Waffe sehr wichtig. Guck mal. Was hatte ich denn hier eigentlich für einen Aspekt? Ach, auch den. Ach so. Der auf den Standardattacken basiert. Also nur zuhauen und sonst keine Fähigkeiten nutzen. Ich hab's ja noch nicht gesehen, ne. Hallo? Ja. Hallo? Das ist wie eine kleine Alpha-Wand hier. Hier. Schön. Ich seh nämlich fast nur Crit-Bilds. Naja, weil Crit halt momentan extrem ist. Deswegen siehst du nur Crit-Bilds. Deswegen siehst du nur Crit-Bilds. Weil das tatsächlich auch sinnvoll ist. Aktuell. Das ist wieder nur ein Aspekt-Schrein. Gib mich guten Loot. Gute Waffe. Oh, toll. Das ist ja schön. Ein einzigartiger Bogen. Den ich... Ja, den hatte ich aber bei dem anderen Bogie. Habe ich den auch 50 Mal gefunden. Der ist irgendwie... Der kann ja nicht... Der ist so einzigartig. Kann der nicht sein. Ein Jack-Diff. Wo kommt sie jetzt eigentlich? Hä, ist die die ganze Zeit schon da? Absichtlich wenig Damage, damit ich länger spielen kann. Bessere Preis-Leistung. Das ist doch Endgame. Dafür ist ja Endgame. Das Endgame, ja. Endgame soll ja eigentlich dafür sorgen, dass du schön lange spielst. Das ist ein schlechtes Spiel. Ich habe einen relativ niedrigen Rack, oder? Kann das sein? Rack ist nicht so eine Balle, finde ich. Für die nächste one. Victory! Crap! Definitiv nix. Nein. Nein. Toll. Was ist es am meisten wert? Allgleich. Ich habe das zuerst mit der Alpha-Wand nicht gerafft. Dachte nur so, hä? Alpha-Wand? Wen leitet und führt bitte schön diese Wand an? Äh, mein Loot ist hinter der Wand. Schön. Gut. Geht's nicht hierhin? Muss ich hier überhaupt hin? Bin ich hier richtig? Ich weiß nicht, wo ich hier hinlaufe. Viel Spaß, Draven. Bye-bye. Wenn man eh nur mit Fähigkeiten spielt, dann braucht man manche Star-Street zum Beispiel Angriffsgeschwindigkeiten gar nicht. Doch, doch. Guck mal. Doch. Sie stand am Dungeon-Eingang. Aha. Viel Urena. Danke für den Raid. Hallo, Gammel-Opa. Einen wunderschönen guten Tag. Heiner. Was habt ihr gemacht? Oh, bin ich hier richtig? Aha. Räume den Bereich. Ah. Jetzt weiß ich wieder, wo wir aufgehört haben. Alles klar. Äh, das hat, äh, das hat mein Freund eingesprochen. Injective. Sandow hat das eingesprochen. Stardew Valley gespielt? Oh. Dieses Suchtspiel. Stardew Valley ist halt auch so ein ganz schlimmes Suchtspiel. Das fängst du einmal an, dann hörst du nicht wieder auf. Ganz fatal. Ganz schlimm. Gut. Das muss ein bisschen Zeit dauern, bis die nächste Waffe kommt, das ist. Okay, die Areas ist klar für jetzt. I-git. I-git-graue Sachen. Pfui. Glückwunsch, Onkel. Glückwunsch. Sehr schön. Grazie. Leider noch immer eine Zweihand, möchte ich gerne eine Hand mit vielleicht Gift, Katalysator mit Prozentgift, damit ich Klingsturm mit solchen Explosionen kombinieren kann. Du willst also den Kampfmagier spielen, Kuma. Alles klar. Aber das ist schon mal gespielt. Dad got promoted to Justicar in his stead. He started tracking me to bring me back for execution, claiming I was a traitor to the Republic. I tried to avoid the fight, but there was no way around it. Something got in his head somehow and turned him against us. Something? You mean hemlock. The bastard must have manipulated Edric's loyalty to turn him against us. I don't know. He might have been a harsh man, but he took risks so that I could escape alive. He gave me another chance. Ich weiß, dass er deep down ist, oder hat uns gehalten. Warum würde er plötzlich senden Edric zu nehmen? Das macht keinen Sinn. Wir waren die Kinder von Hemlock. Er würde sich nicht mit uns gegen einen anderen. Ich würde mich nicht überraschieren, wenn das noch ein Wicked-Games ist. Testen Edric's unwavering Loyalty. Dein die Stronger der drei survive. Die Weak-Ones? Verdammt, Edric. Warum können Sie nicht durch das? Val... Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber wir müssen weitergehen. Ich... Ich weiß... Ich... Ich bin gut. Ich liebe es sagen, aber wir müssen uns überraschieren. Wenn nur für einen Moment. Wenn wir uns beide in da gehen, mehr Unwander werden von der Außen, trappen uns. Ich bin nicht überraschieren, in diese Death-Trap. Also, ich werde hier bleiben und stoppen ihre Überraschung so viel wie ich kann. Du bringst alle Survivoren zurück in die Licht, ja? Ich mag das nicht. Aber du bist richtig. Ja, wir haben uns das schon mal angehört, bin ich mir sehr, sehr sicher. Da habe ich mich darüber beschwert, dass wir sie gerade erst gefunden haben und wir uns jetzt wieder aufteilen. Ich das voll scheiße finde. Bleck Silber, einen wunderschönen guten Abend. Sepp Aurelius, Hallöchen. Ja, das ist richtig, Onkel, aber wer will denn schon ausweichen? Was, worum geht es jetzt? Raub hat ein Freund, Raub hat ein Freund. Ich habe voll den Freund, ja. Aber hallo, seit, was haben wir, 2020? Sechs Jahren. Alter Falter. So. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Willkommen. Willkommen. Ich muss mich echt daran gewöhnen, dass ich nicht Shift drücken darf. Ich darf nicht Shift drücken. Das ist furchtbar. Also, und dann spiele ich bei mir den, den, den Bogen mit Sandu zusammen, ja. Und dann so, muss wieder Shift drücken. Ist schlecht, ist nicht gut. Da, was? Da musstest du rechnen? Natürlich. Klar, muss ich jetzt überlegen. Bin mir nicht mehr sicher, ob das richtig ist, aber ich glaube ja. Oh. Also, die Villerecke, die ich habe, ist jetzt nicht so geil, wenn ich ehrlich gesagt habe. Das dauert mir viel zu lange, bis ich wieder Wut habe. Viel zu lange. Das ist nicht schön. Da muss ich ja normale Angriffe machen. Wääääh... Wäääh... Hm... Sein ist die Raube Special Edition. Äääh... Hi Jafar! Armer Wulff! Guga... Guga First, nabend! Ein paar Ruhnen, die dir Wut per Hit geben? Ich glaube, ich hab da schon irgendwo was, oder? War denn das? Hab ich da nicht irgendwo schon... Ach, nee, das ist Gesundheit pro ausgegebenen Wutpunkt. War denn das? Ist das nur Wut-Erhaltung? Hab ich das vorhin gesehen? Äääh... Mann! Das ist Wutgenerierung bei Treffer, das ist vielleicht auch nicht so scheiße, oder? Das ist, wenn ich einen Treffer kassiere, ne? Heidschwarzer Witwer. Erster Kreis, Grad runter, die letzte Dicke. Oh ja. Das ist aber, wenn ich Treffer kassiere, ne? Nee, wenn du Treffer machst... Erlittener Schaden gewährt mehr Wut. Erlittener Schaden! Erlitten! Wenn du getroffen wirst, schlägst du sie zweimal zurück. Wenn ich kassiere, genau das. Ja. Gut, Erhaltungszeit ist auch schön. Naja, gut, dann gehen wir halt hier runter, ne? Holen wir uns den noch. Erlitten, Freunde! Verarbeitet dieses Wort Erlitten! Denn... Wirst du ja auch ein bisschen getroffen... Jaja. Das ist ja nur ein Zweck der Übung, alles gut. Schon in Ordnung. Wollt ihr es ja nur klarstellen? Der 13. Einen wunderschönen guten Abend. Oh, keine Wut. Da war's wieder. Oh, keine Wut mehr. Habe ich es jetzt fünfmal gesagt. Tat mir weh und ich bin wütend. Sehr gut. Erlitten, also schwebender Schaden. Genau, Delfin. Ist kritisch, ne? Recht, Dax. Das ist schon kritisch. Verstehe, was du meinst. Das ist Feuerschaden, ne? Statt Zerreißung. Ja, ist schon nett. Ja, ist schon nett. Macht das überhaupt noch... Hat das überhaupt noch Status Effekt Chance? Verbrennen. Verbrennen. So, was haben wir bei den Flügeln noch? Äh. Außer Warpunkt. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Regeneriert pro getroffenem Gegner das Kraftschild bei der Landung. Kraftschild ist so low, das lohnt sich überhaupt nicht. Wer hat einen Buff für jeden getroffenen Gegner bei der Landung? Das ist aber einen Buff, ist halt wieder die Frage, was für einen Buff denn? Weißt du? Was denn für einen Buff? Wir gucken mal, was für einen Buff es denn gibt. Ist das Spiel ja eigentlich endlos? Oder was ist das Endgame? Endgame ist grinden ohne Ende. Wie in jedem Spiel diese Art. Grinden. Also hier baut man glaube ich irgendwie seine Stadt dann aus. Also Stadt ausbauen ist auch relativ. Was ist denn das jetzt? Flügel des Ichmir-Bonus erhöht den Schaden. Ja, das ist doch ganz nett. Erhöhter Schaden ist doch gut, oder? Das ist ein Mix aus die drei Bounties und Rifts-Maps aus PoE. Ja, genau. Ganz genau. Äh, blutiger Schnitt als Main-Skill. Der knallt schon hart weg. Den hab ich doch. Benutze ich den nicht? Benutzt den doch, oder? So, da seh ich mich. Und ich seh mich. Wo sehen wir uns? Hier, ne? Der Wutgenerierung für Treffer. Also, was ich halt bei dem... Aber das kann ich noch nicht, ne? Ich kann den noch nicht fliegen lassen. Um mich rundherum. Ja, das geht jetzt mit Stufe 41. Git. Git! Schon mal hier Git gesagt? Oh, jetzt hab ich die ganze Zeit da unten dieses scheiß Ding stehen. Ah, ich breche. Toll. Jetzt hab ich mir wieder einen Buff angeguckt, ne? Das bleibt jetzt forever stehen. Das sag ich euch. Hast du dafür auch einen Fix? Fighter? Oder geht das nur mit Außen einloggen? Was wollt denn ihr... Außen einloggen? Schade. Das verschwindet... Irgendwann? Nö. Nö. Das hatten wir beim letzten Mal schon mal. Okay. Das verschwindet nie. Nächsten Status-Effekt. Kurz mit der Maus drauf. Okay. Okay. Ha! Nice. 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 Hier, fix. Hier, fix. Ach guck mal, Zane hat das auch geschrieben. Wenn ein Buff da ist, mit der Maus schnell drüber. Also... Die sind alle so schlau. Hau mich. Hau mich. Hau mich. Hau mich. Hau mich. Äh... Das ist jetzt Schaden erlitten? Ja. Ich glaube schon. Vor allem psychischen. Vor allem. Nee. Das haut rein. Ja. Kuma hat es auch gewusst. Alle haben es gewusst, wenn der Buffy da ist mit der Maus drauf. Alle wussten es. Nur ich nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe es nicht gewusst. Hey. So. Bei ihr hackt es wohl oder was? Oh, nicht genügend Wut. Kannst du mal bitte zuschlagen? Wollen wir mal? Ich könnte natürlich auch Wuttränke benutzen, ne? Aber... So, das brauche ich nicht. Das ist eh voll. Wir müssen für Raupe mehr Schulung im Kokon abhalten, damit sie auch mehr weiß. Ja. Bin ich dafür. Können sie mal bitte hier reinkommen, alle? Können sie mal ein bisschen doller zuhauen? Das würde mir helfen. Oh, was ist denn das? Das ist schlecht, oder? Also... Würde gar nicht... Den Schaden nimmt die gar nicht so doll runter. Ich hab gedacht, der nimmt die viel schlimmer runter. Ist gar nicht so schlimm. Ha! Hier unten? Was sieht denn dann hier aus? Früh. Ist in jedem Fall zu früh. Hi, verbittert. Schön, Mox. Wie? Hast nicht gesehen von wem. Schöne Grüße zurück an denjenigen, der das gesagt hat. Verbittert. Danke für den Reset. Verbittert Dankeschön für 40 Monate im Gokong. Danke für den anhaltenden Support. Du bekommst den vierten Grundstein für den Kamin und ein bisschen Feuerholz. Dankeschön. Ey, die macht halt kaum. Die ist eigentlich also so schlimm. Ich verliere halt Wildheit, ne? Ich verliere Wildheit definitiv. Aber... Ja, ne. Die geht schon eine Weile. Denke ich. Ha, ha. Ach, Hörsturz. Ja, okay. Das ja... Das kann schon mal passieren. Hallo. Traube ich auf meine Frage. Welche Frage? Welche Frage? Vintage Story. Ob ich mir das angucke? Äh, äh... Muss ich erst mal gucken, was das ist. Ehrlich gesagt. Muss ich da erst mal nachschauen, was das denn für ein schönes Spiel ist. Ach nee, das war so... Das war so Minecraft-Style wieder, ne? Das ist doch wieder... Warte mal. Das ist doch Pixel-Grafik. Minecraft-Dings. Das sah aus wie Minecraft, richtig? Bahn-Romantiker. Danke fürs Zwangsverflauschen von Fader. Ich werde sofort, gleich, bald, bald, wenn ich diese Viecher hier zusammen auf einem Haufen habe, äh, werde ich enormst typen. Jawohl! Fader, herzlich willkommen bei den Flauschrauben. Mach es dir bitte in deiner eigenen kleinen, gesponserten Gummizelle im Kokon gemütlich. Viel Spaß in den Gemeinschaftsräumen. Und lass dir von Bahn-Romantiker, wenn er denn Lust hat, einlässt das Handtuch zur Verteidigung geben. Wenn nicht, hast du echt Pech. Danke, Barney. Vielen Dank. Ja, weiß ich noch nicht. Also, momentan nicht. Momentan ist nicht geplant. Ich müsste mal gucken, was das Spiel toll macht. Also, ob das irgendwas einzigartiges, tolles, schönes hat. Wir machen jetzt ein eigenes Spiel draus. Okay. Okay. Lass ihn unbemaffnet. Das macht mehr Spaß. Ihr seid so brutal sometimes, ja. Das ist schon sehr hart, finde ich. Du musst ein bisschen doller zuhauen. Ich hab sonst keine Wut, Mann. Tolles Spiel, realistischer als Minecraft, aber es fehlt noch die Spieltiefe. Gib mir noch etwas Zeit. Was macht man denn in dem Spiel? Ist ja auch die Frage. Vintage Story. Was macht man denn hier? Erzählt das Spiel eine Geschichte? Oder ist das echt im Prinzip nur Minecraft, wo man aufbaut und Dinge und Gedöns tut? Überleben wie in Minecraft. Okay. Das gleiche wie in Minecraft, aber besser. Okay. Hm. Wieso rennen die vor mir weg? Achso, doch, warte mal. Ich glaube, ich weiß, was Vintage Story ist. Aber, warte mal. Ist das das, was... Ich glaube, Minas hat das gespielt und hat das mal angespielt, ne? Wo das noch ganz früh Alpha war. Also nicht jetzt, sondern länger her, glaube ich, kann das sein. Ich glaube, das Video hatte ich mir angeguckt damals. Es hat mich dann... Also es hat mich nicht so abgeholt. Es war mir noch zu... Es macht halt... Also es macht Minecraft einfach ein bisschen langsamer, ne? Es entschleunigt die ganze Geschichte. Aber ist am Ende eigentlich genauso. Es entschleunigt, ne? Weil du halt alles ein bisschen detaillierter machen musst. Kleiner machen... Also, ne? So. Doch, ich glaube, ich kann mich erinnern, was das ist. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Schade. Ah, jetzt hat es funktioniert. Beim ersten Mal hat es irgendwie nicht geklappt, ne? Die Kisten kaputt waren. Das ging nicht im ersten Moment. Also blutiger Schnitt ist hart, okay, wenn ich es mal so sagen darf. Meine Fresse, du. Und da habe ich schon echt eine Billow-Waffe, ne? Also ich habe eigentlich keine sonderlich gute Waffe gerade. Äh. Steben 90% aller Fälle nur physischen Schaden haben. Alle anderen Waffen können auch elementar-okkult-damage... Vielleicht eine Waffe ist zu niedrig und in den nächsten Patchen ist angegangen. Hm. Weiß nicht, Jafar, da steckt für mich schon wieder... Also vor allem in dem letzten Teil des Satzes steckt für mich schon wieder ziemlich viel, äh... Das haue ich jetzt so raus, weil ich Blüten bin drin. Man darf immer nicht vergessen, dass die Leute bezahlt werden müssen, die da arbeiten. Die wollen sich nämlich auch... Also die wollen gerne in einer Wohnung wohnen. Die wollen, äh, Nahrung zu sich nehmen, habe ich gehört. Und, äh, sowas. Stehe ich nicht so drauf. Wenn man dann sagt, ja, die wollten Geld, äh, Geld machen jetzt ja. Ich war jetzt Geldgeil, deswegen haben sie das verpackt rausgegeben. Viel schwierig. Komm es zu, bitte. Hm. Ich bin immer... Also ich, äh... Ja, das hat Wachs. Es hat noch sehr unschöne Wachs auch. Definitiv, aber... Man kann es spielen. Es macht Spaß beim Spielen. Das ist die Hauptsache. Also... Ich habe die letzten Stunden... Ich will gar nicht wissen, weil wir mal die letzten Tage... Können wir mal gucken. Ich habe... Ich meine, ich hatte auch Urlaub. Das kommt dazu. 43 Stunden Spielzeit. Ist okay. Komme ich mir klar. Hat sich schon gelohnt. Alles gut. Das kann ich nicht beurteilen, Jaffa. Das kann ich nicht beurteilen. Warte mal, ich gehe mal kurz verkaufen. Ja, Kaladin, hast du dir das durchgelesen? Warum sie nur einmal die Woche patchen können? Das liegt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, liegt das ja am Partner, weil sie das mit dem Partner irgendwie koordinieren müssen, weil sie aufgrund des Partners die Patches nicht so rausgeben können, wie sie es eigentlich gern wollten. Ich meine, ja... Da ist halt der Partner offensichtlich nicht so pralle. Dann mal drüber nachdenken, ob man sich einen anderen Partner suchen kann. Ob das geht. Aber da kennt man wieder die Verträge nicht. Man steckt da nicht drin. Das ist... So was dann immer von außen zu beurteilen, finde ich mega schwierig. Nur? Das kommt da rein. Das kommt auch da rein. Sag mal, die Waffe, ja? Kann ich da irgendwie... Was hängt denn... Was ist denn das überhaupt für ein Sockel, der da drin hängt? Sag mal. Was ist denn das? Ich sage mal ganz kurz, was ist denn... Ist das Offensive 1? Ist das Offensive 2? Was ist denn das für eine Farbe? Das ist Offensive 2, oder? Kann das sein? Abgesplitterterer Silberstein, Dauer der Schwächung von Feinden. Silberstein. Habe ich natürlich gerade keinen. Hier ist Offensive 3. Ja, finde ich scheiße. Können wir mal eben... Können wir das mal... Jo. Danke. Das war gleich viel besser. Herzlichen Dank. Feuerschein. Hallo. Da sehe ich mich. Klopp. Danke. Tschüss. Gut. Wir haben Dagon. Moin Berenis. Ist der Partner nicht Steam? Nee, nee, nee. Die haben Server. Dagon. Die haben ja Server. Diese Server werden mit Sicherheit nicht von denen selbst gestellt, sondern sie haben einen Partner für die Server. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Und der Patch muss ja nicht nur auf die Clients gebracht werden über Steam, sondern der Patch muss ja auch auf die Server. Weißer. War ja schwer. Sehr viele Baustellen bezüglich Server. Dann kann der Entwickler nicht auf den Knopf drücken. Er hat Server. Da sind weitaus mehr Aufwand verbunden. Er hat das sowieso. Geht er nicht nur um die Server Kapazitäten, geht er auch um die Wartung und wie oft man halt so Patches rausholen kann und so. So einfach ist das nicht. Deswegen hatten sie ja Probleme, soweit ich weiß, mit der Datenbank, ne? Weil sie zu oft gepatcht haben. Deswegen kam es doch irgendwie zu diesem Datenbankfehler. Whatever. Loss. Irgendwas. Ginget ihr für diese Fähigkeiten erzeugen Heilkugeln? Nett. Ja, aber ich belasse das erstmal hier, weil offensichtlich kann ich da mit was Wut generieren. Ich kriege Wut, wenn da einer stirbt. Das sollte ich mir vielleicht mal merken. Mhm. Was ist das? Erhöhnt den Schaden basierend auf die verlorene Gesundheit. Hä? Was? Als Blöbelwind ist Todesdruck, nackte Angst, jeder Schrei, das hilft mir überhaupt nicht, oder was da steht? Ich gehe mal in meinem WC schrubben bis morgen. Mach das Klubbrillen-Desinfizierer viel Spaß. Ja, iPhone, ich weiß genau, was du meinst. Ich mag das auch nicht so gerne. Aber so ist es. Gewährt Wut für getötete Gegner. Hm. 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 So, was haben wir hier? Haben wir hier was Neues? Chance, dass Gegner explodieren, wenn sie mit weniger als 10% Gesundheit Schaden nehmen. Hm. So, was haben wir hier Also, wenn wir hier waren, Nur gerade in einem schlechten Zustand. In einem mittelmäßigen. Ich würde nicht sagen schlecht. Für schlecht spiele ich es zu viel. Also schlechte Spiele spiele ich nicht. Wirklich. Die spielt man dann halt auch nicht. Schlechte Spiele. Achso, nee, du hast ja schlechter Zustand. Mehr Wege getan hat als die Spiele. Und ich glaube auch, ja. Ja, verbittert. Das ist aber verständlich. Ganz ehrlich. Also ich finde es ja... Genauso sehe ich das auch. Man sollte halt dem Spiel definitiv... Also wenn ich das so viel spiele, ja. Dann hat das schon mal... Was gewonnen. Ja, weil... D3 habe ich... Die Story durchgespielt. Habe das Spiel ausgemacht und nie wieder angefasst. Weil ich so... Ne? Das hat mich halt richtig angekotzt. So, das war einfach schlecht. Es war wirklich einfach schlecht. PoE, gut. Das liegt mehr an mir, glaube ich. Dass ich das spiele einfach nicht, dass mir das zu extrem ist. So. Und hier, hier kann halt was draus werden. So. Und dann überlegt man aber mal bitte, wie lange D3 gebraucht hat, um... Um jetzt auch an dem Punkt zu sein, an der Qualität, weil ja viele sagen, ne. Sehr, sehr gut gepatcht, ja. Wie lange D3 gebraucht hat, um auf diese Qualität zu kommen. Und wie lange PoE gebraucht hat. Also wie lange es PoE schon gibt, wie lange das gepatcht wird. Ja. Das darf man halt einfach mal nicht vergessen, so. Das darf man halt nicht vergessen, finde ich. Da. Sieht denn jetzt eigentlich aus hier? 539. Bisschen mehr Feuerschaden. Das ist doch ganz nett. Partizeps, ein wunderschönen guten Abend. Das glaube ich nicht, Co-Bridge. Ja, genau das, Kommando. Das war halt auch mein Problem. So. Rede mit Garnise. Rede mit Garnise. Hallo, Garnise. Oh, der sieht aber angeschlagen aus. Sieht der her, ne? Bisschen. Sieht der, ne? Sieht der von der Schadowwall, nicht wahr? Ja, es wurde breached. Ich komme, um dich aus hier zu kommen. Valeria ist da, um die neue Wunderschönen zu verflöten. Das ist unsere Chance, um alle rauszukommen. Los geht's! Sieh, du hörst? Du bist ein Ascended, nicht wahr? Ich bin der, der will die Leute, um zu gehen. Wait, was ist ein Ascended? Die Ascended sind die Einwunderschönen, die Wunderschönen sind mit allen anderen wie sie. Tapping in to their experience, just as they tap in to yours. It takes practice, but should you be looking for it, you could feel the bond with other Ascended if you meet them. You would feel our bond. You're saying that what happens to me happens to you? Yes. I'm sure your head is full of questions. I shall tell you what I know once the situation is secure. If Valeria is up there on her own, we cannot linger down here. We must take the chance she's offering us. Fine. What's the plan then? We will open the dawn gate and carve our way back to the sunlight. Tell my men when you are ready. You're wounded. You think you can manage? Focus on your part. And I will focus on mine. Mhm. Deine Unterstützung den Weg zurück ins Lichtbahn haben jetzt eine Chance. Na, toll. Die Sachen, das ist jetzt hochgeballert. Das war's. Die einzigen Neunz... Okay. Cobridge, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. So. Jetzt fetzt. Was passiert? Rede mit dem Aurora Ritter. Hallo, Aurora Ritter. The old man wants to storm our way out. It's now or never. It won't be easy. Even though you cleared your way down here, more of them will come from the other wings. They will enter a frenzy when they feel that they can access the inner sanctum. Open the dawn gate! One with the light. One with the lights! Do not falter. The searing song is with us. They're sending our own brothers against us. They are mere shells. Push them back. We made it. We survived the onslaught. Easy now. Blinded by the light. Blinded by the light. Blinded by the light. Reformed the light! Get ready! Hm? Was passiert? Welche Cutscene? Wo ist die Cutscene? Da steht halt gedrückt, um die Cutscene zu überspringen. Aber ist das keine Cutscene da? Muss das so? Ich hab das Gefühl, das muss nicht so. Nicht schon wieder ein Ohrwurm. Entschuldigung! Nun, das hatte ich nicht. Das ist doch nicht etwa ein Bug. Nein, Korbanor. Nein, Korbanor. Das liegt an meinem PC. Katzin traut sich nicht, weil ich gesungen hab. So. Oh. Programm schließen, bitte. Danke. Gut, dann müssen wir uns, glaube ich, nochmal dahin prügeln. Ich glaube, das ist nur ein dramatischer Moment. Genieß ihn. Ist ein Feature. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Das soll einfach die Spannung ein bisschen halten, weißt du? Nein, Delfin. Wir hatten gerade Blinded by the Light. Das ist viel schöner. Viel besser. So. Ich möchte ihn nicht in den Online-Modus angeschönen. Jetzt wird's. Muss ich mich da jetzt nochmal hinprügeln? Oder gab's da kein Port, oder? Bin mir sicher. Ich glaube, da war kein Teleportpunkt. Das wäre jetzt schade. Boah, das ist auch manchmal zum Laden brauchen. Das ist auch so heftig einfach. So heftig. Doch, es gibt im Heiligtum einen Portpunkt. Das ist natürlich schön. Du musst den doofen Boss nochmal allein machen. Halt die Backen, ey. Die Scheiße. Twitch uses drink water. I'm drinking water all the time. Great room. White's mercy. Who is she? What does she want? Friend or foe! Yes. Let her through and close the damn gate! You heard the man. Don't worry. I'm here to help. Hi. We have met before. You're a bit. Hat mich gefreut. Yo. Geh los. The old man wants to stop. One with the light. One with the light. Nee, 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 nee. Könntest du bitte nicht nach vorne rennen? Also nicht außerhalb der... Irgendeine? They're sending our own brothers against us. They are mere shells. Push them back. Mach das! Viel Spaß, iPhone! Get ready! Oh! Boah, das sieht so gut aus, ne? Na und jetzt? Einfach nur stehen bleiben, ist aber jetzt auch irgendwie sinnlos, ne? Ah, ich würde ja draufhauen. Grüezi, Alias! Nö, eine Freilich! Brz, brz! Das ist die CryEngine, der 13. Da schreit man vor, also man heult vor Freude. Was ist das? Oh! Ah! Das ist einfach. Ich habe es nicht gesehen! Ich habe es nicht gesehen! Ich habe es gesehen! Ich kann das nicht tun! voll witzig ritz ritz wie jetzt soll ich die scheiße alleine machen hier ihr könntet mal mitmachen macht ihr jemand mit oder mache ich die scheiße allein wenn ich die kacke noch nicht genügend gut noch einmal lesen muss ich bin wichtig habt ihr das hier hört wichtig bin ich wichtig würde es schon wieder gut Es ist nur Pussi. Äh, ist irgendwie gerade ein bisschen ungut. Kann ich mal ganz kurz, danke. Die Scheiße, will ich mich veralbern? War ich jetzt mit einem Schlag down? War das jetzt richtig? Ich hatte doch volles Leben, oder? Habe ich schon richtig gesehen. Ich hatte, ich hatte, äh, im Prinzip, hatte ich ja volles Leben, ne? Das ist interessant. Scheiße, scheiße, weg. The day is ours. Hope shines bright on us. Rally by the Dawngate. We are moving out in full force. One at Wonder, aber hallo. You did well. One last push, and we'll be out of this graveyard. Ulitsch, danke für sieben. Du bekommst ne Kavelmaschine im Wasserkorant und nen, äh, Sodastream übrigens. Für die Konzern. Das hat sie so nicht gesagt. Dankeschön. Er hat ein großes Schwäbchen für ihn. Woh. Ah. Ah. Die ist erschöpft, glaube ich. Ich glaube, sie ist erschöpft. Na, entspannst du jetzt wieder? Die sind beide nicht so fit aus, oder? Die sind gut, Frau. Ich weiß. Geh ihr selbst patched up und resten. Ich werde uns aus. Das ist leichter gesagt, als getan. Dein Freund ist nicht in ihrer Lage. Und wir auch nicht. Ich kann es. Spreche mir. Deine Wunschung wird nur auf eine Early Grave gebracht. Wir werden Sie zurück auf Ihren Fuß. Aber jetzt musst du resten. Also, was geht weiter? Du bringst die Kampf zu ihnen. Du machst sie für die Zähne meine Freunde. Erstens, die Wörter der Gelathe-River hat sich plötzlich auf die Gellathe-River verletzt. Sie hat sich leichter flogen aus der Stadt der Helmschir nach unseren Wallen zu und nach uns nach den Gellathe-Riveren. Aber bevor wir uns in den Anfragen haben, haben wir eine Wörter-Wörter-Wörter-Wörter-Wörter-Wörter-Wörter-Wörter-Wörter-Wörter-Wörter. Das ist so, wie die Bastards entgegennt. Gehen, nach Helmshire, und finden die origine dieser Undead-Tide. Stopp was, was da ist. Du und ich haben vieles zu reden, als diese Aufgabe ist. Find Helmshire, stopp die Necromancers, gott es. Frau, komm zurück in eine piece, entstanden? Keine Worte, ich komme auch wieder, victorious oder zombiefied. Aber ich komme wieder. Wo sie recht hat, er will kommen definitiv zurück, ist halt nur die Frage, wie. Das ist schön, Verbrennungseffektschaden, uuuuh. Das ist so hohl, da ist Verbrennungseffektschaden drauf, auf der Waffe, aber kein Feuerschaden. Wieso? Mal ab davon, dass die Doppel-Axt mit benötigt Stufe 10, ja, immer noch besser ist, als das Teil, was ich jetzt bekomme. Zweihand. Das ist doch bescheuert. Ja, Klingune wäre geehrt, an ihrer Seite zu kämpfen. Einhand. Offensive 1. Schaden durch Giftschaden. Hm. Hm. Was heißt Müll? Kommen wir mit dem Katalysator für den Feuer-Mage-Top? Was? Ein Zweihand-Großschweb? Oder meinst du das Einhand-Ding hier? Geh an. Du konntest auf deiner Axt noch zwei Sockel dingsen. Ja, da brauchst du aber viel Glück, dass der Dreier-Sockel prockt. Also, dass du drei Sockel auf die Axt kriegst. Also, ich hatte so viel Lack schon mal, ne, aber kostet alles Geld. Die Träger waren als Einzigartige, aber mehr Schaden machen. Ja. Ja, das ist, weil das halt wirklich, also, weil das System irgendwie dahinter halt mega-random ist, finde ich. Das System dahinter ist halt wirklich super-random. Was nehme ich denn hier jetzt? Eigentlich will ich davon nüscht. Kauf den Scheiß. Viel Lack oder viel Gold, ja. Ist im zweiten oder dritten Versuch. Kann auch sein, dass ich zu wenig gemacht habe. Also, ich... Ja, ich hab meinen Bogen dann halt auch echt sehr, sehr lange benutzt. Oder benutzt den schon sehr lange, weil der halt... Jeder Gutes. Hi, Pac-Man. Hallo. So, aua. Wir gehen erstmal ganz kurz in die Stadt zurück. Weil das spät im Endgame gut bezahlbar wird. Ja. Ich will mal gucken, ob wir Glück haben, aber da müssen wir halt... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal... Bitte, schau mal. Ich bin sicher, dass du etwas findest, das dein Lust hat. Guck mal hier. Das ist so eine Einhand. Weißt du? Die ist gar nicht so scheiße. Oh, ein bisschen Feuerschaden drauf. Nicht viel, aber ein bisschen. Na, den Rest kannst du ja draufsockeln. Die ist gar nicht so kacke. Ja. Ich weiß nicht, die ist schön. Ja. Da noch ein Zweiten. Offensive 3, Socke. Ich stehe ja immer irgendwie mehr auf Offensive 1. Weil da kriegst du halt Schaden dazu. Bei Offensive 3 kriegst du ja immer nur... Äh, also dann kannst du ja immer nur die Effektchance quasi erhöhen. Also dreimal Offensive 1 auf der Waffe ist eigentlich so richtig geil. Finde ich ja. Das macht so richtig Spaß. Wut pro Treffer. I appreciate all of my customers, even the slow ones. Der beleidigt mich schon wieder. Der Sack. Denn flying ganz cool und leer wieder zurück, 700k, dreimal Offensive 1, grad wo du es gesagt hast. Ha! X67 bis Ende Mal. Seien totaler Waffe ist es. Dann denke ich auf die Impr booklet�Letter. Heussaus. Ja, also Offensive 1 ist eigentlich so das Schönste, was du kriegen kannst auf die Waffe. Also für mich. Für mich persönlich. Ja? Einmal Offensive 1 drauf. Dann hast's. So, wir können ja mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Komm. Ich mein, es kostet Gott sei Dank nicht viel, ne? Weil das halt eine Stufe 9 Waffe ist. Geht da überhaupt mehr drauf? Vielleicht geht gar nicht mehr drauf. Sieht man das? Ob da mehr drauf geht? Also wie viel man da drauf socken kann? Da geht vermutlich nur ein Sockel. Kann das sein? Da geht nur einer. Da geht vermutlich einfach nur einer. Weil das Ding noch so low ist. Ja, das wird wohl so sein. Das wird wohl so sein. Vermutlich. So, ich werde jetzt mal eine Pause machen. Ich weiß nicht, ob ich euch für die Musik ins Hauptmenü werfe. Im Hauptmenü haben wir ja Musik, ne? Muss man halt hoffen, dass er speichert. Weil ich habe ja jetzt, jetzt habe ich einen Port-Punkt, oder? Genau, Helmscheier. Von dort aus können wir ja glaube ich dann laufen, ne? Oder? Guck mal, guck mal. Genau. Genau. Sehr gut. Dann schmeiße ich euch für die Pause kurz ins Hauptmenü. Weil da Musik ist. Wie ist das? Jetzt geht die Musik aus. Ähm. Bei Kuma habt noch einen schönen Abend. So, dann machen wir jetzt ein kurzes Präuschen. Ich gehe für kleine Flauschrauben. Ich hole mir eventuell noch Kaffee. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, gleich wieder. Bis gleich. Da. Da. Wieder da. Die Stille im Chat, ja. Ne? Ist bedrückend. Bedrückend ist das. So. Drück hier direkt drauf. Hm. Hm. Danke fürs Web. Ich weiß gar nicht, wo ich mit dem Ding dann eigentlich noch... Wo wollten wir... Wollten wir irgendwo hinskillen? Wir hatten ja fast wie wir hinskillen wollten. Ja, ne? Irgendwas hatten wir, glaube ich. Hier, ne? Genau. Ha. Danke, danke, danke. Ja, die Musik genossen. Stimmt. So. Wir können eigentlich nicht direkt hier hin. All right. At least I don't expect a counterattack. Let alone from a single foolish soul. Jetzt mal dem Skorpion ein bisschen zugucken. was das Robben so schönes macht. Oh, ein Helm. Was für ein Helm? Blockchance. Ich könnte natürlich auch auf so ein übelst fieses Deffding gehen, ne? Spielt sich das gut? Hat das mal jemand probiert? Ob ich das gut spielt? Weil hier andere skillen müssen, vermutlich. Magic-Kuchen-Spawner. Nicht das letzte Pallast-Upgrade anschauen, es schreckt ab. Ja. Ja, genau so. Genau so, Medicus. Ist halt die Frage, ich weiß halt nicht, wie sie das spielt. Keine Ahnung. Da hätte ich vermutlich ganz anders skillen müssen. Sinnvollerweise. Wenn man das machen will. Schätze ich. Der quasi maximal irgendwie einen Boss totkriegt. Und ansonsten nur rumsteht. Und guckt, was so abgeht. Schick. Gibt's extra Fähigkeiten dafür, die den Angriff abhängig von der DEF erhöhen? Nice. Das klingt gut. 100 Block und Block-Effizienz kommen. Vor dem Patch. Krass. Aber 100% heißt ja wirklich, du kriegst nie Schaden. Nie. Sehr wenige Effekte kamen dadurch. Jetzt Blocken auf 75%. Oh, wie gemein. Oh, wie gemein. Wieso sagst du denn? Ich will, dass du das Raupe isst. Das ist auch sehr lecker. Das ist ein Stück Torte quasi. Schraziatella, Kirsch, irgendwas. Hm. Das ist leider das Letzte dieser Stücke. Das ist leider das Letzte dieser Stücke. Jetzt schaffe ich keine Sorge. Das glaube ich nicht. Ja, ganz genau, Berede. Haben wir uns zu Sandos Geburtstag gegönnt? Und faszinierenderweise ist noch was da. Aber 75% Block-Chance ist halt nicht 100% Block-Chance, ne? Man muss ja immer noch was machen. Das gefällt mir nicht. Nein! 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 Heeeey! Heeeey! Das war ein schlechtes Hit. Das ist nicht möglich. Was ist das? Nein! 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 Baron im Online-Mode, ja, mit Bogen. Tja, ne? Ist eigen. Nein! Nein! Hm. Interessant! Hm. 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 Nun ist er weg. Bei jedem Durchgang nur einmal die Möglichkeit ihn anzugehen. Echt? Krass. Ist ja mies. Hm. 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 Zum Glück ist mein Kuchen lecker. Hm. 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 Äh, das ist mein Kuchen jetzt alle. Das ist schade. Sehr schade. Hm. Sehr schade. Ja, ne? Hm. Ist ja abartig. Ist ja abartig. Was ist das? Was ist das? Jetzt noch was. E-kel-haft. Ich hoffe, der ist auch wirklich weg, ne? Jo. Ja, Gott sei Dank. Ist ja widerlich, ey. Bah. Alter, boah, alter. Guck mal, wenn solche Viecher hinschüren. Was ist eigentlich das hier? Geschockt? Wieso steht das da noch mit null? Ist doch ein Bug. Oder? Das ist doch grad wieder ein Bug. De-finitiv. Haktis. 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 Danke für den Resub. OMG. Gehen halbe Jahre manchmal schnell rum. Mit Schäppi hat's angefangen, aber irgendwie nicht aufgehört. Bestrahltne Liebe? Dankeschön. Haktis, dankeschön für sechs Monate im Kokon. Du bekommst Strom in deine gummizelle Steckdrüse und den Kühlschrank, der sich automatisch mit deinem Lieblingskalk getränk befüllt. Dankeschön. Hm. zum erneuten tod war es das aber nicht nett ein wunderschönes level ein wunderhübsches level ab ja was machen wir damit ein zwei drei vier fünf sechs und vielleicht noch ein bisschen zähigkeit war das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht spiel single player muss auch ein bisschen was abhalten können so gut generierung pro treffer das finde ich sehr schön was das eine kiste noch eine kiste guten tag ich bin hier ein Frechheit. Kann das Fima mit hierher kommen, bitte? Ready, please? Ist doch scheiße, wenn ihr hier so getrennt steht, Freunde. Was haben wir denn da? Nein, Kette. So aus Frust, dass ich kein Kuchenstück von Raupe bekommen habe, habe ich gerade eine ganze Tochter bestellt. Wie? Effizientes Magazin? Ja. Was ist das? Die Katze will, glaube ich, auf deinen Schoß. Hast du zu der Katze gemacht? Die will doch aber auf deinen Schoß. Was haben wir denn hier noch? Hallo. Kann sein, dass es manchmal die Gegner nicht trifft. Das ist so ein AOE-Effekt, dass nicht alle Gegner trifft, die in der Nähe sind. Das ist so ein AOE-Effekt. 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 Raub hat sie Gold liegen lassen, der Start in Panik. Äh, Panik! So richtig viel Live-Leach hab ich noch nicht, ne? Kann das sein? Die bewohnt sich nicht bei einem Gegner. Und der sich halt nur... Hallo, Ligon! Nichts? Mann! Wieso laufe ich dann hier rein? Wieso? Das ist nicht so ruhig geil. Bei einem Gegner. Und der ist mir so langsam. Smiley ist so langsam. Smiley ist so langsam. Er ist so langsam. Wo haut denn der hin? Der haut da gerade daneben, oder? Der haut gerade... Der trifft mich gerade nicht. Guck mal, wir können jetzt, glaube ich, ewig so stehen bleiben. Der trifft mich gerade nicht. Weil ich quasi in dem drin stehe. Das ist schön. Hat er umgeskillt? Ich hab ein bisschen umgeskillt, ja. Hi, Rino! Danke für den Racer-Up. Danke für 23 Monate im Kokon. Dankeschön für... Äh... ...den anhaltenden Support. Du bekommst 40 cm mehr Platz in deiner Gummizelle für eine kleine, aber keine Computer-Ecke, die du im nächsten Monat vermutlich dann verstärkt nutzen musst. Dankeschön. Das ist kein Bug, das muss so. So. Warum ist Blitzschadener auf dieser Waffe? Was soll denn das? Was soll denn das? Welter Dentin ist arm. Dünitiv. Dünitiv. Ja, wir probieren's mal. Lass mal gucken. Wieso können die Mama schon... Hello there, friend. Please, browse my Wands. meine gute ich weiß da auch nicht ich weiß es auch nicht nicht so ich brauche feuerschaden haben wir hier zufällig noch einen mit feuerschaden so jetzt gucken wir mal dass wir auf die hier zwei offensive 1 sockel drauf kriegen ich verliere halt krit aber ich denke das ist okay ich denke das ist nicht so schlimm definitiv deutlich mehr schaden weniger krit chance also weniger krit schaden geringerer feuerschaden wieso ach weil die hier nativ 14 bis 21 drauf hat das ist natürlich jetzt ja man kann nicht alles haben warum grüßes kugel kugel großes steak messer mag jemand ein steak wird auch sofort praktischerweise sofort gebraten hallo jim beam trinker ja muss man mal gucken es gab doch noch wir hatten doch hier irgendwo achso das macht genau falsch rum im prinzip wir wollen ja wir würden ja eigentlich würden wir gerne physischen schaden in feuerschaden umwendet und das hier macht es genau andersrum der weg hier da grillt das fleisch auch gleich genau kirosho hallöchen der hier macht ja der macht das ja alles der wandelt das ja alles in physischen schaden um durch die bank weg nun mal gucken nicht mehr ständig von der rüstung putzen bei dem messer kauterisiert die wunde sofort ja genau das ist der entscheidende vorteil dieses kleinen schwertchens ja katze nein fienchen hau ab okay hallo geht geht denk ich erstmal hast das hier rollberg der mond heute heilung mage muss die hose mal austauschen oder was ist das denn was ist denn das für ne hose ich sag mal ich meine die ist jetzt auch nicht unbedingt das was ich suche ne aber ja mei da könnte man schon mal noch äh finde ich und so eine kurze trinken habe ich nicht gerade erst letzten Schluck Kaffee getrunken gold schadet nie hallo tschüss in der ecke noch was ich finde sie jetzt von mir nicht angesprochen offensichtlich ich finde sie jetzt von mir nicht angesprochen offensichtlich das ist schon ganz schicksale ganz schicksal necromantische rituals mein purifier ist chose to chase val rather than clear this place is beyond me they've lost focus of what they fight for gut guten tag neue wie geht es ihnen Das ist ein Apokalypse-Schrein. Den können wir ja mal mitnehmen. Flop, plop, 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 plop. So, guten Tag. Bitte stellen Sie sich... Aua, 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 aua. Das, äh, könnten Sie wieder Vorsicht walten lassen? Habe ich da jetzt was Graues eingesammelt? Ich würde gerne mal da unten durchwirbeln, weißt du, hier so... Warum darf ich das nicht? Nur mal kurz. Nur mal ganz kurz reinwirbeln. Da sogar. Möp, möp, möp. Das war's für's. Wie soll wir mit der Knie zu dem Schrauben wegnehmen? Der Knie. Du bist der Knie. Der Knie. Ich weiß. Was ist mit dem Knie? Der Knie. Der Knie. Der Knie. Aberrant's new gift to this world i hear it likes to have new toys to play with we got rid of the brotherhood in the region cordon on is controlled by the aberrant and helmshire is ours our endeavor will soon reap its rewards indeed all this death and suffering will cease then we shall find peace we shall all find peace mhm na klar na ganz bestimmt, ja, ja klingt ja sehr freundlich nein, Katze die hat sich vor allem neben mich gerade, ja da war so ein Zentimeter Platz auf dem Stuhl und auf diesen Zentimeter hat die sich gequetscht, die ganze Katze Mh? Was? Stuh. Nein. Nein. Nein Hen! Lambach? Nee Lambach, ist schweiß. Ich sitze. Nee. Mmh. 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 Schöne katsche. Ja, definitiv schöne katsche. Ja, ich bin jetzt nicht schön. Sie versteht nur leider nicht, dass ich das beim Zocken nicht so mag, wenn sie da hier so, ne? Und so. Sie versteht das schon, das interessiert sie nur nicht. Ja, oder das. Oder das, ja. Ähm, hoch. Hallo Mario. Kann man da die Story von Anfang an im Koop spielen? Ja, kann man. Curly Power, ja. Kann man. Geht super. Na, macht's noch Spaß? Ja, es macht noch Spaß. Definitiv. Ich bin bloß so langsam als nah. Jetzt bin ich nicht mehr wohnen. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so schlau. Naja. Gern doch, Curly Power. Nichts zu danken. Schnetzel, Schnetzel. Schnetzel. Töte Miree, der Abschöpfer. Mhm. Miree, also. Das ist viel zu langsam, richtig. Das macht mich so wahnsinnig, dass das so unfassbar langsam ist. Bis der, bis der das, bis der hier den, den Schnitt mal raushaut. Boah, da kriegst du ja die Krise. Da kriegst du ja Zustände, bis der mal. Pfff, pfff. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Äh, guten Tag. Einer nach dem anderen. Jeder darf. Mhhh. 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 So. Da unten wird vermutlich Miree, der Abschöpfer sein. Mhhh. Das ist gar nicht Miree, der Abschöpfer. Mhhh. Wo ist denn Miree, da? Ja. Alter. Gut. Das war interessant. Roberti, danke für die Bits. Dankeschön. Das ist irgendwie alles nicht so... Ist der von selber gestorben? Nee. Nee, nee. So. Was haben wir denn hier? Was hat's denn jetzt mit den 120? Achso, nee. Die 20 sind irgendein Bonus. Was ist denn für Bonus? Danke, Mox. Mox, vielen, vielen Dank. Danke für die Bits. Der war so plötzlich down. Ja, naja, weil das tatsächlich viel Schaden macht. Oh. Ach, das Ding hat Gift drauf. Ist das... Das ist Scrap. Das ist jetzt auch nicht so geil, glaube ich. Ich sage Minus, danke für die Bits. Dankeschön. Was ist los jetzt? Habt ihr gerade alle Bits geschenkt bekommen? Dankeschön. Danke, danke, danke. Oh. Hm, hm. So. Widerstände wären vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Kann auch influenzen. Das Bait. Das Bait. Oh, der den jetzt ist es. Nischt. Hey, kam ich von hier? Ich kam von oben, ne? Boah, ich find das so verwirrend. Hä, nee, warte mal. Hä? Sag mal, wo muss ich denn jetzt hin? Warte mal. Warte mal, wo muss ich denn hin? Kam ich von hier? Hör mal. Hör mal, wir kamen davon. Sag mal. Hä? Hä? Muss ich hier rüber, oder was? Wo müssen wir denn hin? Umschreiben und die letzte Chance wäre, sie in der momentanen Form zu spielen. Die schreiben nicht um, aber wieso das denn? Warum denn das? Sind die unzufrieden, oder wie? Frag doch mal nach dem Weg. Na, ich glaub, jetzt bin ich wieder richtig. Weil hier sind Leute, die man nach dem Weg fragen kann. Freunde, ich bin hier richtig warm. Ich glaub, das war ein Ja. Steht nicht dabei. Ist nur ein kleiner Absatz im neuen Update. Ja, was wird ja ein Grund haben. Was? Sobald du den Ursprungspunkt der Flut von Untoten erreicht hast, wird sich der Geruch von Schwefel mit dem des abgeschobbenen Fleisches vermischen. Vielleicht solltest du umkehren. Okay. Gut, dann gehen wir wieder. Äh. Sprich mit mir. Wie? Wie? Wie hat dich gemacht? Wie hat dich gemacht? An Ascended, whatever das sei. Wie weiß du etwas über das? Wie dumm. Du wirst nicht wissen, was du bist. Warte, junger Kind. Die Ignoranten sind alle schlafen. Du musst dich verletzt in dieser Welt. Du wirst dich verletzt. Du wirst Spaß. Yudai hatte seine Momente, auch. Du wirst dich verletzt. Demons dauern nicht lange gegen Demons, Leia. Ist das nicht so, wie es funktioniert? Deine Wunderschöne tappt in die gleiche Ignoranz, die dich verletzt wird. Ich hatte Zeit, um zu vorbereiten, während du dich hier gemacht hast. Lass ich dir zeigen. Nein. Nein, bitte nicht. Nein. Zeig mir das nicht. Ist das... ...mercy? Eine astute Observation. Alter, was? Willst du mich veralbern? Will er mich verarschen, oder was? Willst du mich verarschen, oder was? Hallo? Was? Da seh ich mich aber gar nicht, du! Hä? Ich kann nicht sehen. Au! 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 Ja, ich weiß nicht, aber da seh ich mich jetzt nicht so. Sag mal, willst du mich veralbern? Das ist dann schon. Das ist immer scheiße. Sobald ich out of, out of dings bin, out of food bin, ist es eigentlich vorbei. Dann ist es gelaufen. Wuh! Wuh, 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 wuh. Also, das muss ich irgendwie, das ist noch nicht so, das, 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 damit bin ich noch nicht einverstanden. Echt jetzt. Er liegt, aber das war nicht gut. Das war alles andere als gut. Schaxlottl, ich danke dir für den Reset. Dankeschön für 17 Monate. Äh, du darfst die Kokonpizzaria besuchen. Gönne dir eine leckere Pizza. Wir haben alles außer Pizzaria. Dankeschön. Ja, doch, die hätte ich. Ja, ja, stimmt. Das vergesse ich aber auch gerne. Muss ich, muss ich zugeben. Ja, ich vergesse das gerne. Ja, die hätte ich annehmen können. Mhm. Ligonier. Da hast du recht. No crap, ne? Toll. Toll, find ich. Richtig toll. Achso, ne, wir können ja die Weltkarte. Ja, wobei. Ne, wir können ruhig mal zurück. Ist gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, hin oder wieder. Hin und wieder. Naja, aber... Also, Gesundheit war jetzt gerade auch nicht schlecht. Ich mal ganz ehrlich bin, äh... Andernfalls wäre ich jetzt tot. Also, tot, tot, tot. Ganz tot. So, komplett tot. Kennst du tot? So, da soll ich wieder hin. Ne, warte. Hä? Doch. Genau. Hi. Ich bin wieder da. Hallo, na? Bist du mir schon gepasst? Und dein Wunschwunsch? Und dein Wunschwunsch? Das ist, was passiert. Valeria. Wir müssen weg, Frau. Gehen wir uns weg. Die Republik, die Bruderhöhre, sie sind nur gut für uns zu sterben für ihre große Ursache. Na, genug, ich sage. Wir machen unsere eigene Feind. Es ist keinem, was zu gehen. Weg? Wo? Wir finden, ein Ort, nach dem all das Schlafen. Du kannst es nicht wegnehmen, okay? Für was kommt, es ist kein Schlafen unter einem Schlafen. Du willst Frieden? Oh, du hast Frieden, nicht über das. Das ist nicht so wie du denkst. Ganez, was soll das sein? Die Unholy-Alliance, die Covenant of the Blind, ist versucht, um eine Entität zu holen, Ariman. Der Fallen Duke of Fury, der Blind-Prince, wie sie ihn nennen, wartet in der Abyss, während die drei Lesser-Culten zu drei Städten, die Energie nach dem Ritual. Was, wenn sie zufrieden? Die Pacifizierung. Die Pacifizierung ist das, was uns alle erwartet. Ich habe den Kult von Fury gesehen, um meine strongesten Leute zu machen, in mindless thralls. Sie werden ihre Wille zu resistieren, zu kämpfen, zu fühlen, zu schmerzen, oder selbst-survivalen. Es wird auf alle von uns geschehen, wenn wir die Ritual zu verhindern, den Ende der Freie Willen, und die Wunschung der neue Menschheit, united in die Eterne Entzündung. Die Angst in Stormfall ist die Ritual, empfiehlt diesen Ariman. Ja. Stormfall ist eine der drei Städte, die in Zeit wird, wenn wir die Ritual nicht verhindern, wenn wir die Ritual nicht verhindern. Die Städte sind zu verhindern, die Städte der Kult von den Sleeper. Die Stadt der Kordnen wurde verhindern, die Kult von den Aberranten verhindern. Und wir wollen die Hauptstadt der Republik, Gehenna, sein, das gleiche Weg zu sein, wie wir sprechen. Und ich glaube, Sie haben eine smarte Plan für die Verlust zu verhindern. Nein. Nicht eine smarte, eine schwere. Ich will das Gefühl, den mythicalen Helion, den Artefakt, die der Bruder von Dorne befindet. Mit dem, ich werde selbst die Kraft von Anatheia beherren, die Abyssal portalen und enden die Ritual. Das ist der einzige Plan, die wir haben, die Zeit, bevor die Furies sind. Wow. Was denkst du? Danke, Atlas. Er möchte dich alleine senden, um das erste Teil der Helion zu bekommen. Was ist das? Was ist kein Zeig? Nein. Genau. Wir müssen die früge sein. Wie sie sind. Wir müssen sie mitnehmen, Wir müssen uns zusammenstehen. Ja. Wir müssen uns in ganz einigen. Wir müssen uns in den Valt der Hofe finden. Aber nach nach der Korden von Kordenon wurde aus der Kulte des Aberranten ein sehr glücklichesig globales Bruder. wurde in die Valt. und sie holen den Relik, um ihn zu der Stadt zu bringen und um ihre Population zu retten. Sie nie zurückkommen, aber es gibt eine Chance, dass diese Hälfte der Hellen noch da ist. Es folgt in den Füten der Menschen. Oh, ich mag dieses Plan. Los geht's, Val. Die schneller das ist mit, die schneller wir nach Hause gehen. Wir haben keine Hause zu zurück. Stormfall ist genug, wenn sie noch stehen, nach dem all das alles. Ich bin mit dem Merchant-Prinz, irgendwie. Hahaha, Freunde. Gut. Level up. Level up. Ich muss mal hier jetzt so eine Mischung fahren, glaube ich. Ich brauche definitiv mehr Verteidigung. Das macht mich fertig. Ich kriege so hart ins Fressprack, das ist übel. Ist da Widerstände sinnvoll, ja, ne? Interminius. Danke für die Bits. Dankeschön. Ist das der Talentbaum? Ja, das ist der Talentbaum. Jo. Hm. 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 Ich brauche mehr DEF. Ich brauche definitiv mehr DEF. Ich kriege so viel Schaden. Bist nicht festgetackert auf die Roten. Ja, ich weiß. Aber wo ist denn hier noch? Wo ist denn hier? Was ist denn hier drüben? Das Status-Effekt-Chance. Das hilft mir jetzt auch nicht. Kräftschild. Das Ausweichen. Mir geht es ja gar nicht ums Ausweichen. Mir geht es eigentlich mehr ums... Ums Blocken oder wieder... Oder wahlweise Widerstehen. Die andere rote Baume im zweiten Ring. Ja. 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 Ja, zu allem. Zu all dem, ja. Ja, definitiv. Aber da kommst du halt... Also da brauchst du ja... Meine Fresse brauchst du ja viele Punkte. Ein Projektil im Waldläuferbaum ist auch für deinen Skill relevant. Für den... Für den Dingskill, ne? Hier für... Für, ähm... Glutiger Schnitt kann eigentlich der Einzige sein, der ein Projektil hat, oder? Ist das ein Projektil? Es steht nicht da. Aber ich hätte gedacht, das ist ein Projektil. Es steht aber nicht da. Bleeding Edge zählt als Projektil. Es steht aber nicht da. Wieso steht es nicht da? Wirft eine sich drehende Axt. Aber hier steht nichts vom Projektil. Nirgendwo. Das ist schon ein bisschen gemein, oder? Hier. Erhöht die Projektilgeschwindigkeit. Hier fällt mal der... Das Wort. Das ist mies. Finde ich. Ehrlich gesagt. Englisch steht es damit bei. Ging bei der Übersetzung verloren. Okay. Talentbaum erinnert mich an das... Svaro-Brett von Final Fantasy. Das heißt... Warte mal, wo war denn der mit dem Projektil? Wo war denn der jetzt gleich wieder? Gibt es Projektilschaden? Da. Ne. Das ist Durchbohrung. Was ist denn das? Das ist ja hier drin. In dem ersten gleich. Das ist ja auch sauer. Außen. Ganz außen. Im Waldläuferbaum. Der Waldläuferbaum ist doch da. Das ist der Waldläuferbaum. Wo soll denn? Irgendwo hier außen? Achso, der hier. Achso. 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 Na ja, aber dort kriege ich nirgendwo. Bitte was, Bögenfeuern beim vierten Angriff immer Geschosse in einem Winkel von 360 Grad um dich herum ab. Du Fucke, was? Ein- und Zweihandwaffen sind beim vierten Angriff immer kritische Treffer. Zweihand-Äxte, Hämmer und Schwerter betäuben immer Gegner in einem Wirkungsbereich beim vierten Angriff. Das Ding ist halt, also hier, ich kann natürlich da rüber gehen, ne, aber dann habe ich, kriege ich Schaden und Geschwindigkeit, das ist nicht schlecht. Ich bekomme Gesundheit pro ausgegebenen Wutpunkt und Kräftschild dazu. Ich bekomme Beweglichkeit dazu, das ist auch okay. Und erst dann bin ich hier. Das erhöht aber immer nicht meine Widerstände. So, viel lieber, viel, viel lieber würde ich hier rüber kommen wollen. Und da würde ich ganz bestimmt nicht hier außen lang gehen, weil das ein übel weiter Weg ist, auf dem Sachen liegen. Das hier zum Beispiel, die mir null bringen. Also das hier ist richtig schlecht. Aber ansonsten brauche ich da hin ja nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Na, ist schon ganz schön weit. Acht. Dann komme ich erst hier in den Baum. So bist du halt schneller, ne? Wenn du hier hochgehst. Oh, ich weiß es auch nicht. Sieht denn das linksrum aus? Ah, linksrum ist eigentlich Quatsch, ne? Linksrum ist halt auch Blödsinn. Wobei, hier ist Widerstände wenigstens. Kritschungs. Wirklichkeit. Hm. Was würdet ihr tun? Ehrenamtliche Übersetzer zu beschäftigen. Aber auch wieder verständlich. Was ist das verboten? Mhm. Interessant. War die Hölle, wenn man es mit jedem Charakter voll ausfüllen wollte? Hm. Was mache ich denn jetzt? Ich bin zerrissen. Innerlich zerrissen. Was ist denn hier in dem hier? Mittleren Ring entlang auf die andere Seite sind auch ca. 8-10 Punkte. Na, in dem Ring hier. Ja, ja. Das ist mir schon klar. Im mittleren. Das geht auch. Dauert nur länger, bis ich da bin. Viel länger. Und bis dahin muss ich halt klarkommen. Das ist, das ist das, was mir, was mir echt Sorge macht. Ich meine, da könnte ich unterwegs hier noch den mitnehmen. Na, mit dem zusätzlichen Projektil. Achtung auf Geschissen, wir machen das jetzt. Oh, ii. Oh, das wird so lange dauern, bis sich das rentiert. Das wird so lange dauern, bis sich das rentiert. Oh, ich habe es nicht gelesen. Oh, ich habe es nicht gelesen. Ich weiß, wir haben das ganze Leben gesagt, dass wir die Schilder der Unsehen sind. Dass unser Ziel ist, dass wir die Schilder der Menschen gegen das Supernatural ist. Und jetzt, dass diese Stadt auf der Fringe des Destrucks, wegen der Covenant von den Blinds'Aktions, ich sollte sie einfach nicht gelesen lassen. Auch wenn ich die Macht habe, um etwas zu tun, um es zu tun, um es zu tun. Du glaubst immer, wie ein Purifier, ich sehe. Warum nicht? Ich habe viel über das gedacht. Die Republik vielleicht auch nicht und falsch sein, um ein sehr viele Dinge zu tun, die Hemlock und die Purifiers haben uns gegeben. Es ist immer noch etwas wert. Pitten deine eigenen Familie gegen einen anderen, abandöten deine Kinder. Ja, das sind sicherlich gute Werte zu haben. Hemlock vielleicht hat seine Reasons. Wir wissen nicht. Ich bin sicher, dass er das macht. Warte, nicht sicher, dass er die Möglichkeit hat. Geh, runter! Elastatrash! Ich würde nicht, wenn ich dich wäre. Gott sei Dank! Naben Draven. Ach komm schon. Wirklich? Okay. Herr Vater. Silenz! Warum hast du nicht verlassen, wenn ich dich gesagt habe? Du hast Eidrich gegen seine eigene Brüche gegeben. Diese Brüche braucht weder honor oder respect. Ich habe keine Ahnung in das Problem. Du hast mich abholt. Ich habe auf dich in der Komfort, dass zumindest ein von meinen Kindern es machen würde. Es ist nicht zu lange, Vater. Wir sind noch die Kinder von Hemlock. Du bist jetzt nicht nur ein Defiler. Ein Traitor für was die Purifieren kämpfen! Das ist nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig. Es ist sicherlich. Es ist nur die Entfernung erwartet, wenn du den Weg mit der Bruderhöhung bist. Geh zurück jetzt, während du noch einen anderen haben. Findet einen ruhigen Ort, um zu leben. Gebliebte diese Leben. Du kannst du einen ephemeral Krieg in den nächsten. Ich folgte dich, ohne die schlimmsten Begriffe, Herr. Jeder in dieser Armee hat den größten Respekt für dich. Aber du wissen, wie ich, dass diese zwei traitors der Republik sind. Die Penalte für ihre Brüder ist nicht die Todes. Gebliebte die Brüder. Das ist Treason. Meine Männer und ich werden nicht verletzen, was die Purifier stand für. So dass deine kleine Proteges wieder eine Chance bekommen. Grand Inquisitor. Sie sterben jetzt. Stand down, Justicar. Stand down, Justicar. Stand doch, even der Sie. haben Sie blendet den gently 관 push соврем действительно effectuated. Was returns für sie in die Höhe? St respektum mehr Artes die Gleichung nicht verletzt. Sie lässt sich in die Justicaryn auf ein Verletzung durchwinden. ihn fallen sichеди. Die Sixوبale ist wie die Lieblammung mit Griaadern an. Ich bin wiederRY. Ze regarde dich aus wie es interessiert. Was ist mit ihm los? Was ist mit ihm? Was ist mit ihm los? Was ist mit ihm los? Was ist mit ihm los? Äh... Wieso konnte der... Wieso... Das verstehe ich jetzt nicht. Warum konnte der die Viecher hier rufen? Ich verstehe das gerade nicht. Verstehe ich später, hm? Vermutlich. Verstehe ich dich... uvann die Astrid... Wer die Existen im Langsten... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh. Was soll ich denn das machen jetzt? I can't do that. Woo! 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 Oh, Soma! Kann der mal aus der Ecke rauskommen? Was ist denn mit ihm? Weg, 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 weg! Kann man es da nicht so gut? Ich kann es da nicht so gut. Ich kann es da nicht so gut. Ich kann es da nicht so gut. Bitte, ja. Na und? Du kannst ihm trotzdem den Kopf abschlagen. Dann spricht es nicht mehr. Dann ist es wie die anderen. Hi, Icebreaker. Ein wunderschönen guten Abend. Die noch schneller drehst. Hebst du ab? Hätte ich machen können. Dagon, aber es ging auch so. Und Mad Maxx, schönen guten Abend. Appetit auf was Süßes, aber auf was, worauf ich Appetit habe, habe ich nicht da. Das ist schlecht. Sehr schlecht waren Romantiker. Was sollst du sein? Wir sind die Lamberge, in der Tat. Was sollst du sein? Was sollst du sein? Lernen. We would be honoured to have you in our domain. Charming. Well, at least it's not trying to kill us. Apollages for the misunderstanding. We will cease your existences, but we are your hosts and you are our guests. Come, enter our Domain, for it is full of wonders. Charming. Is it making fun of me? I'm not even sure. Let me tell you right now that I'm not comfortable entering that creature's Domain. This is the way to Cordenon, and we still have to find the first piece of the Hellion. We knew that the cult of the Aberrant destroyed the city. So buckle up, Val, because we're going that way. I had no plans to turn back. Hemlock is this way and I want answers. Is he working for those guys? Maybe the Lambak knows. After all, Hemlock summoned it. That's... unreal. I feel like we know nothing about Hemlock anymore. If that was even him. Hmm. Hmm. Ja, definitiv, Leon. Definitiv. Äh, ja. Lass doch mal endlich diese Stufe-9-Hose austauschen. Weißt du? Also die könnte man halt wirklich mal austauschen jetzt. Das reicht dann auch irgendwann. Komm jetzt. Lass dich... Ich müsste jetzt gefühlt 50 mal rechts klicken. Um die Hose auszutauschen. Gibt's ja nicht. Gibt's doch nicht! Hmm. Hübsch. Nom 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 nom. Wegpunkt! Sie war schon mit dir verschmolzen. Ja, weil ich sie schon so lange hab, meinste. Das kann sein, ja. Hilfe! Was denn los, Classic Eye? Hübsch. Okay. Hm hm. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Wird ich brav hinterherlaufen? Das sind schon ein paar Liebe. Mach! Das wird nur so ruhig im Hintergrund. Äh, ich sitze bei den Leuten im Die Ziel und die Riten, komisches Zeug Komisches Zeug Einfach stummschalten Stummschalten hilft Nicht gehört Ey, nicht mich, Stummschein Er zieht gerade mit der Fernbedingung auf mich Aber nicht freundlich, ne? Sediertes Orange Mhm Alles klar Hm Wird immer komisches Zeug geredet, meinst du? Not right now Not right now Ist das so? Nee, 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 nee. Die lernt man, die Farben. Liege. Man lernt die einmalig und dann ist gut. Die muss man nicht behalten. In der Kiste sammeln. Nee, nee. Nee. Ich soll dich stumm schalten? Nein, nicht mich. Die merkwürdigen Leute im Discord. Hier, guck mal, den habe ich schon freigeschalten. Das verblasste Rot kenne ich schon. Das, äh, ne? Hm. 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 Nun. Mad Maxx. Das Witzige ist ja, dass... Ich meine, ich verstehe, warum man nur, also, warum man Ähnlichkeiten immer über Haare definiert. Warum? Hi. We are glad that you chose to join us. We are honored even. What are these creatures doing? Expanding the capabilities of nearby Fauna and Flora. They're staying our Lord's blessing upon this forest. Aha. Smart talk for corrupting living organisms and turning them into thralls. Showing. Hat sie sich jetzt schon irgendwie angewöhnt, ne? Hm. Hm. What is the we you keep referring to? We are the Lambak. Lambak are we. We are one, for only the Lambak thinks. And we are many. For we became what we are, thanks to the many disposable resources found in Cordenon. Resources? The organic mass you refer to as a creation. This is a part of the world. They... They're all dead? Some. But for most of them, they are we. They became the Lambak. I've heard enough. Can we move on? One second. Lambak. Do you know anything about a warband from the Brotherhood of Dorne entering your lands? Yes, indeed. Do you want to meet them? Now part of the we? Yes. I'd very much like to. So be it. We will drunkly organize a meeting for our guests. I'm not sure if this is smart. This is obviously a trap. A trap is unexpected. Do not fear the unexpected, for we will end both your existences. You will be we. The trap. For certainty. Not sure I enjoy her honesty. Her? I'm not sure her applies to it. Do not mistake that thing for something relatable. I will gerade sagen, sie wird auch nur ein Teil sein. Irgendwie so ein... Weißt du, es scheint ja ein riesiges Irrk zu sein. Ein riesiges Igitt. Hahaha. Die sind voll organisch. Ja, definitiv. Super organisch. So, aber ich muss mal ganz kurz... Wohin? Sonst platze ich. Und ich muss mir Wasser holen. Ich habe nämlich kein Wasser mehr da. Ich bin in wirklich... Ich beeile mich. Ein, zwei Minuten, dann bin ich wieder da. Bis gleich. Da. Wieder da. Gute Nacht, Black Silvers. Schlaf gut. Nachtol. Hm. 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 Sind Teil Technik, Teil Körper... Körperlich. Ja, die Borg, aber das Ding hier nicht. Das Ding ist ja wohl, äh, komplett organisch. Hm. 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 Quasi ein riesiger Pilz, ja. Hm. Vegan? Warum soll das Ding vegan sein? Puh. Ich bin mir nicht sicher. Das war aber fix. Ey, ich habe ja gesagt, ich beeile mich. Ganz doll. Ganz, ganz doll. Ich wollte ja nur kurz was zu trinken holen, kurz zu trinken wegschaffen. Aber ja, das macht es natürlich auch leicht. Die können ja jetzt die ganzen Gegner, die können die... Jeden einzelnen Gegner, wobei das ist ein Kultist. Warum ist das jetzt ein Kultist und das ein Erntter? Warum ist das nicht das Lambach? Im Gegensatz zu den Dingern hier. Die hießen alle das Lambach. Warum die anderen hier nicht? Das verstehe ich nicht. Erschließt sich mir nicht. Angriffszaubergeschwindigkeit für jedes Mal erhöht, wenn ein Gegner im Effektbereich stirbt. Puh. 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 Das ist schon interessant. Hm. 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 Copy-Paste. Na ne, es macht ja Sinn, dass die so heißen, Jaffa. Bestimmt eine Rangordnung. Das kann sein. Es ist ja durchaus sinnvoll, dass die den Namen tragen, oder? Finde ich so. Wenn das ein riesiger Organismus ist. Ein riesiges Ding. Was sich als wir definiert. Wie die Borg halt. Wetter, da Damage! What the fuck? Alter Verwalter. Da fällt sogar sie mal kurz um. Äh. Nacht, die Classic. Schlaf gut. Bin ich geplatzt? Ne, wie findest du das Spiel? Bisher macht mir das gut Spaß. Ich hab da schon, ne, das gefällt mir schon gut, ja. Aber natürlich, Guga-Fürst. Aber natürlich, immer. Pilzraguut raus. Mmh, Pilzraguut. Gute Idee. Ich hab so Kopfschmerzen. Hat noch schnell eine Kopfschmerzen-Oplatte genommen. Ich hoffe, die hilft. Ei, 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 ei. Ich sag's euch. Dü, 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 dü. Ablenken. Habe ich den Feistos schon begrüßt? Ich hoffe doch. Äh, ich hoffe doch. Warte mal. Nun. Nun. Ist aber was los? Hohle dich bis morgen, sodass du ganz entspannt streamen kannst? Mag ich es doch nicht feiern machen. Wir haben noch nicht mehr vier Stunden. Ne, 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 ne. So geht das hier nicht. Wir haben uns Mühe gegeben im Discord. Ja, ja. Du meinst, weird zu sein? So richtig seltsam. Und merkwürdig. Äh, ja, mach ich auch Strauchy. Genau. Also morgen ist sowieso bloß, äh, Abendstream. Morgen ist abends nur streamen. Nicht tagsüber. Äh, physischen Schaden in Frostschaden. Verspannungskopfschmerzen. Also zu viel Bildschirmkopfschmerzen. Ich kriege ja immer die Ersteren. Das sind, glaube ich, Verspannungskopfschmerzen. Ja. Das ist ja mit Sicherheit. Das geht auch wieder weg. Raku, danke für den Resub. Dankeschön, äh, für 19 Monate im Kokon. Wundere dich nicht, dass keine Nerd kommt. Das liegt daran, dass du den entweder schon mal, den 19. schon mal teilen konntest. Oder noch mal teilen können wirst. Aber eigentlich konntest du ihn dann höchstwahrscheinlich schon mal teilen. Mach's dir bitte gemütlich auf deinem Klapp, wann Fox springen wird. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Raku. Okay, ich helfe nur Wärme. Zum Verhindern Übungen für Nacken, Schultern. Ja, ich weiß. I know. Ich hatte die letzten Tage schon immer Wärmesalbe im Nacken tatsächlich. Und ich werde mir nachher dann wieder welche von seinem in den Nacken schmieren lassen. Weil das tatsächlich bei mir auch das Einzige ist, was das dann ein bisschen eindämmt und besser macht. Hallo. Wer sind sie denn? Das Lambert, natürlich. Was auch sonst. Wieso frage ich auch so blöd nach? Morgen Abend mit meiner besten Freundin auf Achse. Ich sehe meine beste Freundin morgen. Seit langem, langem, langem mal wieder. Seit ein paar Jahren. Ich habe es ein paar Jahre nicht gesehen. Ich freue mich mega. Ich freue mich so. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Gute Nacht, Kobritz. Schlaf gut. Heile, heile Segen. Ich hoffe, dass ihr Kopfschmerzen bei dem Gesang schnell flüchten. Die Kacke mal lassen. Die Kacke mal lassen. Und ich war in der Zeit nicht einander. Und da hat man sich dann halt nicht gesehen. Aber jetzt ist sie wieder hier. Und das ist toll. Das Schöne ist, wir hatten schon immer so eine Freundschaft, die nicht auf, wir müssen uns ständig sehen oder ständig in Kontakt haben basiert, sondern wir können uns tatsächlich nach, also es war früher schon so, im Studium schon so, nach Monaten, in den paar Jahren wiedersehen. Und es fühlt sich genauso an, wie davor. Und es wird mit Sicherheit morgen genauso. Und das ist voll gut. Das ist so, für mich was ganz Besonderes. Das ist eine super tolle Freundschaft, wirklich. Also wenn, wenn, wenn jemand nicht nach ständiger Aufmerksamkeit verlangt, wisst ihr? Moins, Divo, Hallöchen. Das ist einfach, oder wenn das halt von beiden Seiten einfach nicht, nicht, nicht ständig verlangt wird und notwendig ist. Das ist ziemlich cool. Die ist gar nicht mal so scheiße, ne? Dankeschöns. Dankeschöns. Boah, Hammer Fantasy-Regelbuch für das Pen & Paper. Da vergehen einfach mal Unmengen an Stunden. Ist hier noch irgendwas, was ich vielleicht tragen will? Das ist halt alles Wildheit. Das ist zwar schön und gut, aber wenn ich halt nuscht abhalte, ist das irgendwie scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja Pekala. Ein wunderschönen guten Abend, Heiner. Heimlock obviously knows about Aramon's summoning. He's working with the Covenant of the Blind. He also mentioned not having a choice. Look, he's lying. He made a pact with powers he shouldn't have fiddled with. Or he's straight up possessed. He sounds sincere. I can feel that he's struggling. I wonder where he went. He can't be far. Sie da unten. Was macht sie denn hier? Wir wissen immer, was du meinst. Wir sind Chad. Ihr seid Chad. Na, ich find sowas, also... Das ist schon eine besondere Freundschaft. Nö. Ich weiß nicht, wer sowas auch kennt. Aber... Ich hab das... Sonst mit niemandem so in der Form. Das ist wieder Schläger hier. Da geht halt dann alles auf Gesundheit. Ich weiß halt nicht, ob das so... Gesundheit fällt halt auch super schnell, ne? Das ist ja das, was mir die ganze Zeit so ein bisschen Sorge macht. Das ist so unfassbar schnell, dass ich dann mit einem Schlag plötzlich mal Gesundheit verliere, dass du dir so denkst, äh, the fuck? Was ist da los? Kraftschild rüber. Kraftschild rüber. Derzeit echt gerne auf diese Gesundheit und Widerstand teile. Ja. Verstehe ich. Verstehe ich gut. So, wir haben jetzt hier Defensive 3 und Defensive 1. Kann man denn damit anfangen? Gute Nacht, Atlas. Schlaf gut. Charming. Kraftschild. Gute Nachbarn, die Schlaf gut. Life Leach. Was habe ich? Eins und drei. Nehmen wir Gesundheitsreck und, 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 und. Und Gesundheit. Bestenfalls, oder? Also Amethyst und Topaz. Topaz haben wir. Amethyst. Habe ich nicht. Doch, habe ich. So, das heißt. Ha. Na, oder ich mache in die drei Lidsch rein. Das geht halt auch, ne? Hm. Ne, Rex ist schon okay, oder? Was hat das? Gesundheitrick und da Gesundheit. Was ist denn das hier eigentlich? Material Widerstand. Was ist denn das für ein Crap? Ich habe aber hier auch einen Crap gesockelt, ne? Zum Teil. Das ist ja gruselig. Geht da eigentlich noch ein zweiter Sockel drauf? Zufällig? Quatsch. Geht das? Da? Nö. Hm. 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 Das ist aber schade. Mehr würfeln. Irgendwann kommt's. Seid ihr euch sicher? Ich habe das Gefühl, dass das bei den niedrigen Stufen, das Ding ist benötigte Stufe 17. Ich glaube, dass das bei niedrigen Stufen nicht geht. Wir hatten das vorhin schon mal bei so einer Stufe 9 Waffe. Da kam nicht mehr. Ich glaube, das geht nicht, weil die, weil das Teil zu, ähm, zu low ist. Von den Stufenanforderungen. Ne? Haben wir noch einen Topaz oder sowas? Also irgendwas mit Gesundheit drauf? Kraftschild? Hm. Gut. So. So. Die ist da weg. Die ist weg. Nehmen wir die Drehung oder was? Finde ich schon heftig. Bin ja... Was? Dass du so Probleme in dem niedrigen Level hast. Finde ich schon heftig. Ja, dann lange nicht. Aber wenn ich so an Diablo denke. Ist im Level noch ein Kinderspiel. Naja. Probleme ist relativ, ne? Es ist halt nur bei mir so, dass ich irgendwie das Gefühl hab. Ähm. Das ist ja noch nicht so richtig... Na, ich weiß auch nicht. Ich krieg halt ziemlich viel Schaden. Das gefällt mir halt nicht. Ne? Das ist so der Part, der mir nicht gefällt. Das heißt nicht, dass ich jetzt immens Probleme hab. Wenn ich immens Probleme hab, würde ich ständig im Staub liegen. Ne? Also dann... Das ist es ja auch nicht. Aber... Mir gefällt halt vor allem bei... Äh, so... So Bossen und Minibossen gefällt mir halt der Damage nicht, der reinkommt. Der ist halt halt schon krass. Oh Mann! Oh Mann! Ist auch so krass. So, wo wollt ihr? Ich wollt hier rüber, ne? Ich wollt einmal quer darüber. Für das Projektil. Wollte ich. Wieso hast du eigentlich noch eine 17er Russie an? Wenn du 32 bist, wirst du viel zu los sein. Denk mal, es genau daran liegt. Zu wenig Rüstungsweifel, so schlecht Rüstungsteile. Naja, du musst halt was finden, was dann auch so gut ist, ne? Das ist halt eine Legendary, die ist halt echt nicht schlecht. Ja. Also, die ist halt einfach nicht schlecht. Die hat ziemlich viel Gesundheit drauf. Die hat natürlich schon mal Gesundheitsrecht drauf. Die hat Ressourcengenerierung, Elementarschaden, Wildheit, Reduzierung der Abklingzeit aller Fähigkeiten. Die ist halt... Eins und zwei auf sich hat. Ähm... Du kannst im Prinzip die Fähigkeiten duplizieren und anders modifizieren. Ja, sodass du, wenn du irgendwo bei Bossen oder so bist und denkst, okay, ich brauche jetzt gerade die Fähigkeit etwas anders modifiziert, ein bisschen anders, ne? Weil vor allem die Modifizierung ja unfassbar viel am Spielstil, ja, festlegen. Also, die sind auch sehr, sehr wichtig, wie man die hier einstellt. Ähm, und dafür hast du halt die duplizierten Fähigkeiten, damit du da halt, äh, die Möglichkeit hast, auch mal hin und her zu wechseln, wenn es gerade die Situation anders braucht. Also, einfach hin und her zu wechseln, ohne jedes Mal hier rein und raus klicken zu müssen. So verstehe ich das mit den duplizierten Fähigkeiten. So, was habe ich jetzt Neues? Nix. Gehört dir und Verbündeten einen Lebensdiebstahl-Buff. Hehe. Ich fahre mich schon die ganze Zeit an und guck mal, ob ich meine Fähigkeiten duplizieren können soll. Siehste? Also, so erkläre ich mir das, ja? Das heißt nicht, dass das richtig ist, was ich sage. Das ist meine Vermutung. Das ist eine pure Vermutung. Nur so kann ich mir das, äh, sinnvoll erklären. Huven! Vielen lieben Dank für den Rezap. Danke für drei Monate. Du bekommst Licht in der Ende. Gummizelle. Du musst allerdings noch ein bisschen auf den Lichtschalter warten, bis dahin das Leuchttmittel aus der Fassung drehen, damit es dunkel wird. Dankeschön. Ich meine, schon mal mehr als bei uns. Nun. Nun. Ebenso. Rabe, ebenso. Dass du die Monatsausrüstung so auswendig kannst. Ich spiele seit über drei Jahren. Ich packe meine Gummizelle und nehme mit ein paar hundert Leuten. Quasi jeden Tag. Spiel du doch mal. Quasi jeden Tag. Ich packe meine Gummizelle und nehme mit. Dann kannst du dir das auch melden. So einigermaßen. Manchmal brauche ich auch Hilfe. Es ist ja nicht so, dass ich es immer wüsste. War ich hier schon? Nicht jetzt? Oder ist hier einfach nichts? Ist so einladend hier einfach. Ist so einladend hier einfach. Hat es gesagt. Hat es gesagt. Hat es gesagt. Ich weiße, Fernkämpfer. Fernkämpfer sind scheiße. Also als Gegner. Der Gedächtnispalast. So. Hier würde ich jetzt wieder runterlaufen, ne? Hier wird ja wo kaum noch was... Ach, hallo. Ich glaube, dann werde ich meine Leute auch an eine Gummizelle stopfen. Das könnte passieren. Digon. Das könnte passieren. Damit muss man dann rechnen. Ich setze mich täglich dieser Gefahr aus. Ha? Hi Elektrohase. Schönen guten Abend. Ja, soweit. Doch. Es macht schon Spaß. Definitiv. Definitiv. Auch schon gut. Zeit so im Koop verbracht. Gemeinsam mit dem Partner. Machst du schon echt Laune dann auch. Diese Garabänen sind ja mal cool. Ja, die verschwinden aber halt auch. Dargon. Da muss man sich immer beeilen für. Hast du einen schon kaputt bekommen? Ja, ja. Nie. Ich nenne sie immer Lootkäfer. Wundervolle Lootkäfer. Hier. Das trifft's auch. Ich würde mir dieses Gestresste beeilen, wenn die auftauchen. Das ist halt das. Muss man so flink sein. Charming. 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 Das sieht richtig gut aus. Yummy. Okay. Da nicht lang. Okay. Das ist hier nichts. In der Ecke. Alles klar. Dann geht's ja. Die Geräusche, wenn du da drüber läufst. Das ist halt einfach mal ein bisschen abartig. Okay. Okay. Jetzt ist sie offen. Alles klar. Warum muss sie die so auseinanderziehen? Ich würde dir gern diesen Skill abnehmen. Dass sie die nicht mehr auseinander schleudern kann. Das wäre direkt äußerst hilfreich. Was? Kenn ich den schon? Nö. So. Was ist das hier? Ach, eine Pistole. Eine Pistole. Aber sonst nichts mehr. Nö. Ähm, warte. Können wir das hier noch mitnehmen? Dann gehen wir mal verkaufen. Wurkaufen. Wurkaufen. Wui. Hallo. Hallo. Na klar. Immer da. Ich hab mir das ja eigentlich alles angeguckt, ne? War ja alles, alles nicht so. Jetzt nicht so. Äh, fein item. Thank you very much. Äh, fein item. Wunderfein. Richtig auf Wirbelwind, Baba, wie in Diablo 3. Naja, Wirbelwind, Baba ist relativ. Ich weiß noch nicht so richtig, wo ich hinskillen will. So hundertprozentig. Das kommt halt ein bisschen drauf an, wie sie es spielt. Also ich hab mir jetzt nichts, kein Bild rausgesucht oder so. Ich hab jetzt nicht nachgeguckt, was es da Sinnvolles gibt für Nahkämpfer, sondern ich, ich skille halt so ein bisschen nach Gefühl erstmal. Und guck, wie sie es macht. Wie weit man damit kommt, weißt du? So. Okay. Oh. Das ist falsch. Hat mehr Tiefe, aber weniger SPOE. Finde ich richtig angenehm. Ich muss auch zugeben, dass mit der, äh, der Skilltree hier echt gut gefällt. Oh. Was ist jetzt los hier? Da steht ja noch einer. Der hat geschlafen. Der war müde, der hat geschlafen, der hat nicht mitgemacht. Der war nur, der hat zugeguckt. Den hätte ich stehen lassen können. Der arme. Oh, 190 Gesundheit. Hallo. Hallo. Ja, da seh ich mich doch, aber... Ein bisschen Gesundheit hochpushen hier. Das find ich gut. Das wird auch mal Zeit. Wird das. Ich brauche mehr Gesundheit. Sieht das hier alles schön aus, weißt du? Herrlich. Ich meine, wer möchte nicht so eklige... Was ist denn mit dir los jetzt? Wieso ist denn sie jetzt... Warum... Warum denn das? Warum ist denn sie jetzt umgefallen? Da war da gar nichts. Also da war ja wirklich nichts. Schrein der Apokalypse bringt mir gerade null. Wie eigentlich immer. Was? Hm... 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 Cut. Follow-List auf, will keine Leute mehr die Leute bannen. Aha. Aber dann entfollow doch einfach... Im Zweifel. Ja, das versteh ich nicht. Ich... Ich... Verstehe gerade die Intention nicht. Wäre da jemand helfen? Damit das erklären oder so? Was ist denn jetzt mit ihr schon wieder? Liegt sie schon wieder im Dreck? Ich kann mich doch nicht ständig um sie kümmern. Ah... Ah... Huh... Fend ihn... Oder so... Not possible. Eee... Aua? Hm... 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 So, was haben wir denn bekommen? Schönes. Will meine Waffe nicht schon wieder austauschen. Vor allem Schaden durch Blitzschaden ist jetzt auch nicht unbedingt so hilfreich. Was haben wir hier? Definitiv nicht. Definitiv auch nicht. Bewässigkeit. Brauche ich nicht. Bewässigkeit. Da denkt wo jemand die Welt dreht, sich nur um ihn? Was? Ich komme nicht mehr mit. Was ist denn mit dir, Masimuto? Ich finde das gerade merkwürdig. Was ist denn gerade in meinem Chat los? Mach einfach alles auf Grit. Ist nie verkehrt. Määä. So. Was ist das hier? Hallo. Zwei-Hand. Schlecht. Hm. Ich glaube ich gar nicht so schlecht, wenn man hier nur noch sockelt. Das ist auch ein Zweihand, aber das ist viel schlechter. Ich verstehe es auch nicht. Strori versteht es auch nicht. Hobbit. Einen wunderschönen guten Abend. Danke für den Reset. Dankeschön für 16 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Du darfst dir Poster, Bilder, Plakate in deiner Gummizelle aufhängen. Eine Wand bleibt aber bitte für ein riesiges Flauschraubengemälde frei. Dankeschön. Wart es einen schönen guten Abend? Hi. Und Spider-Org. Danke für den Reset. Danke für 39 Monate. Das ist mega lange, ey. Einen wunderschönen guten Abend. Und du bekommst den dritten Stein für den Kamin. Du kannst jetzt schon stapeln. Bock, bock, bock. Bock, bock, bock. So. Wo muss ich hin? Irgendwo nach oben. Immer weiter nach oben. Oh nein. Sofort. Ich werde sofort hypen. Eine kleine Sekunde bitte. Eine winzig kleine... Moment. Warte. Warte. Looten muss sein. So, jetzt. Ah, Joby Nilo Min. Vielen lieben Dank für den Reset, Joby. Herzlich willkommen im zweiten Monat. Unko Kong, deine Gummizelle hat sich soeben vergrößert. Du hast mal Platz. Schieb dir in eine entspannte Sitzgelegenheit. In die Gummizelle. Machst dir darauf gemütlich. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke. Also, das ist schon sehr merkwürdig. Das ist alles schon sehr, sehr merkwürdig. Okay. Nicht ansehen, wenn du gegen den Boss kämpfst. Das wird mit Sicherheit nicht heute passieren. Aber ganz bestimmt nicht. Ganz, ganz, ganz bestimmt nicht. Nein, 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 nein. Definitiv, nein. Definitiv. So. Habt ihr das Ding schon mal gesehen, Ligon? Elektrohase! Yeah! Danke für den Reset. Danke für zwei Monate im Kukong. Deine Gummizelle hat sich soeben auf magischer Art und weiß aufgerüstert. Du hast schon den Platz. Schübt dir eine entspannte Sitzgelegenheit. In die Gummizelle machst du darauf gemütlich. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Morgen Frechdags. Morgen Abend. Morgen Abend. Friede Felix auch dabei? Ich glaube, ich glaube, morgen ja. Morgen wollte Felix auch dabei sein, ja. Ziemlich sicher. Jetzt mal bis auf das auf der hier. Da sind wir nicht da. Nie Glück. Nie Glück. Ja, so ist das. Ja, so ist das. So ist das. Nee, wir spielen morgen Abend und am Sonntag. Eben weil wir nur morgen Abend haben. Also weil es morgen kein, keine zwei Streams gibt. Sonst hätten wir den, guck ich, den Samstag. Ich habe nicht zu drei gesüchtet. Ähm, spielen wir dann am Sonntag nochmal. Nie. Ja, so ist das. Ich brauche mehr Kraft. Hm, nabend, Alteche, Hallöchen. Von wegen, Glücksraube, du. Naja, komm. Herr Lut ist momentan eher bescheiden. Ich muss das mal so sagen. Das ist momentan eher so... Ich freue mich sehr drauf, Elektrohase. Ich freue mich unfassbar, dass sie es machen. Und dass sie sich nicht durch das sofortige Gemini-Mir haben davon abbringen lassen, von der Idee. Finde ich voll gut. Ich freue mich da sehr drauf. Was war das? Aha. Ich freue mich da wirklich sehr drauf, Elektrohase. Zurück vom Eishockey. Na, wie war es, Schalfu? Schmerzen oder geht's? Schon wieder? Was ist denn mit der... Also, wenn du deinen NPC-Begleiter die ganze Zeit nur recken musst, ist das halt auch ein bisschen nervig, ne? Da mache ich ja offensichtlich so viel gar nicht falsch, oder? Sonst würde ich ja auch die ganze Zeit im Dreck liegen. Ich drück die falsche Taste, wundere mich, warum nichts passiert. Die hatten Kraftschildbild. Das könnte sein. Das wäre möglich. Ich wusste gar nicht, dass sie verrecken können. Na, verrecken nicht. Die sterben nicht, wirklich. Olsen hat es mir auch angetan. Sucht du es jetzt? Was spielst du denn, äh, Tischer? Alphas 4-Boss wird bald genervt, glaube ich. Sollte ich wissen, von welchem Boss jeder redet? Oder kann ich das noch nicht wissen? Der erste Boss dieser Flammenriese? Ist das ein Echsenvieh? Was ist das für ein Echsenvieh? Ich rede gerade vom Endgame-Champion, diese goldenen. Ah, das kann ich nicht kennen. Gut. Dann geht's ja auch. Dann, dann, dann passt das ja. Hm. Hm. Killen sollst, nachdem du aus der Stadt kommst. Und die gibt's dann später sozusagen nochmal. Im Endgame. Und da ist der gerade scheiße, sozusagen. Bei Edric fand ich die dritte Phase schlimm. In der dritten Phase hatte ich, äh, so meine Problemchen. Egal, ob jetzt, äh, hier im Singleplayer oder ob halt, äh, im Pro-Op. Die dritte Phase fand ich irgendwie bei Edric furchtbar. Da will ich noch gar nicht drüber nachdenken, wie das hier, wie das Solo läuft. Äh, 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 ähm. Danke für den Support. Der Elektriker ist auf dem Weg zu dir. Wird den Lichtschalter installieren. Du darfst ja Pantoffeln aus dem Textil deiner Wahl mit in die Gummi-Zelle nehmen, damit die Füße nicht mehr frieren müssen. Danke schön. Ich hab ihnen Void-Zones gestellt. Rein Resi-Tank-Bild. Buttest du das so easy durch? Rein Resi-Tank-Bild. Mhm. Das ist halt, das ist halt der entscheidende Unterschied, ne? Wenn du halt, ähm, na klar, du kannst dir natürlich ein Bild raussuchen irgendwo, ja? Was die Leute getestet haben, wo sie sagen, das funktioniert momentan super gut. Und dann spielst du einfach genau so, wie das in dem Bild beschrieben ist. Das find ich aber halt so ultra langweilig. Ich finde das einfach so ultra langweilig. Das zu machen. Hm. So was find ich immer irgendwie blöd. Da lieber merke ich dann, weil ich, äh, das zwanzigste Mal am Boss sterbe, dass das nicht funktioniert, was ich da geskillt hab. Und probier's dann nach dem zwanzigsten Mal doch nochmal anders. Was? Ganz gut so, wie er ist. Muss ich mal losbekommen. Statt normal auf Story zu stellen, sind die Story-Bosser einfacher. Standard ist das normal. Ja, das stimmt. Ja, das könnte ich, stimmt. Das könnte ich ja im Zweifel auch noch machen. Auf Story umstellen. Hm. Stimmt. Das geht ja auch noch. Such mir keine vorgeschriebenen Bills aus. Na, dann ist auch super, Silent Hunter. Hm. Bombenleger-Magier mit ner Kniffte. Hm. Inklusive Top Gear. Und aber kaum, dass das jemand hat. Oh, ich weiß nicht. Ich glaub, es gibt schon, es gibt schon harte Suchter, die halt wirklich hier, ähm, das ist ja bei PUE eigentlich ähnlich, ne? Die gucken sich ja vorher, glaub ich, also hat mir das mein Mann erzählt, ja? Die gucken sich vorher, gucken die sich die, 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 die Information zur neuen League an, ne? Wie da, was da, was es da für ein Bild gibt, etc. Und, und suchen da schon mal, ja? Wie sie am besten skillen dann, was am besten, ähm, funktionieren wird und weiß ich nicht was, ja? Ich, ich denke, dass es genau solche Leute auch hier geben wird. Ja. Vermutlich genau die Leute, die das auch, äh, bei, bei PUE machen. Die gleichen Dudes. Läuft meistens gar nicht so schlecht, eher mal gucken. Mal schauen, ich weiß noch nicht. Schreit sich, hatte dich begrüßt, oder? Sonst fühl ich mich schlecht. Heiner? Ich hoffe, es geht dir gut. Ein Hand. Ein Hand. Trost Ein Hand. Muss jetzt sein, ne? Muss, ist jetzt, ist jetzt zwei jetzt schon... Toll. Schreit, das gefällt mir gut. Es gefällt mir wirklich gut. Also, es hat mich die letzten Tage schon so einige Stunden, äh, beschäftigt. Auch im Koop. Es gefällt mir wirklich gut. Es gibt unfassbar schöne, viele Möglichkeiten, äh, wie du deinen, deinen Char spielen kannst. Oh man, schon echt gut. Bock, finde ich so. Giddy. Ifoi. Bist du mehr 90er rumlaufen? Wie? Bei mir jetzt hier? Nein, Mann. Was? Warum? Wie mehr 90er? Hä? Ich bin 32. Bist du irgendwo mit 90er? Wegen dem Bild? Ach so, wegen dem Bild. Ach so. Hm, ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Suchte selber momentan auch wie ein Kaputter? Das ist schon faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass mich, dass mich, äh, so ein Spiel momentan so, ähm, also wirklich so fesseln kann, dass ich, äh, echt die ganze Zeit auch Bock hab, einfach das zu spielen. Ich bin irgendwie overwhelmed. Bam, 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 bam. Ich bin overwhelmed. Klar ist sie wie immer overwhelmed. Was auch sonst? Sie ist halt immer overwhelmed. Mit der Gesamtsituation ist sie overwhelmed. Hörte dir jetzt mal aufhören, diese abartigen, verlangsamenden Flächen zu legen. Das nervt voll. Geht's wieder mit deiner Overwhelming-Mengigkeit? Mann, ey. Nervt. Wenn die ganze Zeit nur auf deinen Begleiter achten muss, ist es halt irgendwann dann schon mal ein bisschen ätzend. Also ich muss ja nicht auf sie achten, aber... Naja, ihr wisst, was ich meine. Man gibt sich ja müde. So, jetzt wäre halt die Frage, ob ich später nicht doch nochmal ganz anders will. Das war ganz anders, aber das kann schon sein. Man weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie oft ich bei meinem Bogey im Online-Modus hab ich auch paar mal umgeskillt. Der Mann hat noch viel öfter umgeskillt. Der Mann hat faktisch ständig umgeskillt. Deswegen hat er auch nie Geld umgeskillt. Nie Geld hat er nicht. Die ganze Zeit nur am umgeskillt. Ich sag mal, musst du auf der Kiste liegen? Kannst du mal weggehen? Auf Dauerpleite? Nee, das glaube ich. Ich renne ja nicht so rum wie du da im Moment. Ich weiß, Transmog, der Charme muss gut aussehen. Also ich hab tatsächlich nur bei meinem Bogey hab ich auch nur mal ein Was getransmog. Weil ich ansonsten sah das so aus, als hätte ich nur ein Schlüppi. Und das ging irgendwie gar nicht. So, das hat mich dann wirklich ein bisschen, äh, da dachte ich mir, okay, jetzt transmoxte dir mal eine Hose wenigstens. Eigentlich mal geschaut, was du da schon machen kannst. Aber mit Sicherheit geht da schon einiges. Aber ich will das jetzt nicht, Onkel. Ich seh doch okayisch aus. Das ist doch in Ordnung. So, das könnte schlimmer sein. Ja? Könnte schlimmer sein, Onkel. Bitte nackig umlaufen. Ja, das wär schlimm. Ich find's immer noch dumm. Also wirklich dumm. Also diesen, diesen aufgedeckten Map-Bug, ne? Den hasse ich wie die Fert. Aber halt nie so richtig. Ich mein, ja, da wo noch Gegner sind, da war's doch noch nicht, ne? Aber wer soll denn sich das merken? Das ist halt so ein bisschen belastend. Das kann't be done. Der Weg down ist klar. Total War, die haben die Imperialen ja komplett verändert. Sogar Regionen der alten Welt. Ich blick da ja gar nicht mehr durch. Äh. Ich kann dir da leider auch nicht helfen. Hui! Wo ist denn der hingeflogen? Habt ihr gesehen, wie da aus dem Bild rausgeflogen ist? Nun. Würdest du? Danke. Hi, Lord Johann. Oh, das ist ein Skarabios. Das ist schon mal cool. Äh, der Zombie-Panda-Hallöchen-Spiegel für so Bombe. Ja. Mir gefällt das auch. Also ich muss echt sagen, dass mir das, das macht schon. Oh no. Jetzt schickst du weg. Jetzt schickst du weg. Nein! Ja, aber vorher muss ich den, ich muss den Skarabios. Ich kann mich nicht wegporten vorher. Nur 15. Sieg den Käsekuchen. Ein Wunderschuh. Guten Abend. Danke schön für 30 Monate im Kokon. Nur 15. Danke für den Support. Du bekommst den dritten Grundstein für den Kamin. Du kannst jetzt schon hier gucken. Also den dritten Stein ist ja nicht mehr der Grundstein. Du kannst dich schon stapeln. Eins, zwei, drei. Oder neben, du kannst dir natürlich auch alle nebeneinander legen. Oder alle aufeinander stapeln. Oh, danke schön. Danke. So, warte mal. Jetzt müssen wir erstmal den Skarabios machen. Und dann müssen wir zurück. Oh, Speed. Bam! Da war er kaputt. Das hat schon mal vorhin funktioniert. Rest sammeln wir dann ein. Äh. Frech? Das war kein freches Grinsen. Das war ein freundliches Grinsen. Mhm. Freundlich. Please, look around. I'm sure you'll find something that takes your fancy. Your patronage is appreciated. Müll. 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 Ich sag halt so müll. Belastend. So, warte. Die packen wir hier unten rein. Man weiß ja nie, wann man mal eine braucht. Huch. Hm. Vermutlich ist das Onkel im Moment. Ja, 15. Aber da gibt es halt einige. Kinderfilet. So. Kinderfilet. Kinderfilet. Ja. Kinderfilet. Ehm... Ich nehme mal die. Wir probieren es. Was soll schon passieren? Was soll passieren? Was ist das hier? Kraftschild. Kein Schwein. Kraftschild. Niemand. Hi, der Donkel-Oktor. Hallo. Blatt Nora, danke für den Follower. So, hatte ich hier alles andere eingesammelt? Ich bin ja dann relativ straight zum Scarabius. So, sogar Mops übersehen. Hallo. Wollen wir Medikamente? Was? Nein, das ist nur die, ähm... Die Müdigkeit. Ich wäre blöd, wenn ich müde werde. Ich finde es auch gut gemacht, dass der Gegenstand, den man vergleicht, einen braunen Rahmen hat. Ach so, du meinst das da oben? Ja, naja, das ist ja vor allem bei so, äh, bei den Handschuhen wichtig. Damit du siehst, ob du grad, weißt du? Eher mal wissen, wie viele Farben es in Wolzen gibt, die man finden kann. Also, ich habe bisher Grau, Blau, Gelb, Rot und Pink gesehen. Oder Rosa. Rosé. Keine Ahnung, ob es noch mehr gibt. Aber das ist das, was ich bisher gesehen habe. Und Korowus, danke auch für deinen... Äh, für den... Uff, das ist jetzt jetzt nicht, äh... Ne? Das wird so wirklich langsam düselig. Ähm, danke für den Follow. Vielen, vielen lieben Dank. Herzlich willkommen. So, das, das. Fatsch. Auch noch nicht mehr Farben gesehen. Okay, gut. Ähm. 30 Farben trotzdem gefüllt. Noch nicht alle... Ach, die Farben meinst du? Ich dachte jetzt die... Die Farben! Die Farben! Ah! Ja, davon habe ich auch schon ein paar mehr gesehen. Gute Nacht, Liga und Schlafgut. Dieses Geräusch, ne? Äh. Jetzt machen wir so fertig, das Geräusch. Diese Farben da, hier, wie trübes Rot, zum Beispiel. Alles klar. Den kenne ich übrigens schon. Braucht jemand trübes Rot? Gibt 140 Farben in dem Spiel. Spöyler Alarm! Töyler Alarm! Spöyler Alarm! Ah! Das ist nicht passiert. Aber bereits getroppte, aktivierte Farben, finde ich, sollte man nicht noch mal droppen dürfen können. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es später einen blühenden Farbenmarkt. Einen Farben-Schwarzmarkt in diesem Spiel. Dann wäre das doch schon wieder irgendwie ziemlich sinnvoll, oder? Natürlich. Was auch sonst? Ein Rundmarkt sozusagen. Genau. Gerade Legendary Axe gefunden. Zweihand. Nice. G-Set. Oder müsste man die Truhenkapazität erhöhen in meinen Augen? Ja, das stimmt wohl. Hau die Fledermaus ab! Frechheit. Gehen wir erst mal hier unten. Blühende Farben-Schwarzmarkt. Wer kennt die nicht? Den Buntmarkt. Umso besser. Ja. Ich glaube, ich sollte öfter, ähm, das hier legen. Das soll meine Angriffsgeschwindigkeit erhöht, oder? Das eine erhöht den Schaden und irgendwas war drauf mit erhöhter Angriffsgeschwindigkeit. Ich sollte mir echt, äh, äh, merken, welche Fähigkeiten, äh, äh, äußerst sinnvoll sind. Also, welche ich wirklich benutzen sollte im Fight. Das könnte helfen. Jetzt zieht mich einer, levelt sich besser. Ja, das kann man schon machen. Hi, Nesferatu. Schönen guten Abend. Wobei man den nie so richtig einschätzen kann, ob man stark genug ist. Siehste, ich habe dafür nicht mal die Option. Dadurch, dass ich den Schal hier im Offline-Mode spiele, habe ich nicht mal die Option, mich ziehen zu lassen. Zum zweiten Boss, solltest du schon wissen, was du willst? Wie? Hä? Wie, wie, was denn? Verstehe ich nicht. Was? Aber warum? Nein, das seh ich nicht. Wieso? Nein. Nein. Hallo. Was ist jetzt? Soll sie da klarkommen, ey? Gibt's ja wohl nicht. Wirklich. Ich spiele auf normal. Noch. Ja. Noch. Ich behalte mir die Option offen, auf Story-Mode zu wechseln, wenn's mir auf den Sack geht. Gute Nacht, Mox. Schlaf gut. Ich sollte es vielleicht heute auch nicht übertreiben, ne? Ich möchte ja morgen. Na. Um elf schon, äh. Äh. Bei dem Treffen sein. Soll das vielleicht auch nicht ganz so, ne? Man muss ja vorher aufstehen. Duschen gehen. Mit dem Hund rausgehen. Solche merkwürdigen Sachen. Ja, man sollte vorher aufstehen. Definitiv. So mein Inventar ist schon wieder voll. Ist ja furchtbar. Hinterher sind blöd, ja. Das stimmt. Als Bogie auf normal gestartet, bin hart. Was? Und bin hart unendlich oft verreckt. Ja, aber man kann doch jederzeit umstellen, oder? Also du kannst ja den Schwierigkeitsgrad, immer wenn du dich ausloggst, kannst du den Schwierigkeitsgrad umstellen. Das ist ja Wurst. So, was ist das? Crab. 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 die insgesamt 24 Prozent ob die Widerstände hat das Ding die Gesundheitsrecht gefällt mir ganz gut ja ja wir probieren das mal nehm den mal raus jetzt haben wir hier Unterstützung 3 gibt es da was sinnvolles kritische Trefferchance, Gesamtwehrverbrennungschance Stasechance, Blutungschance, Transferzeitsenkung zwischen Wille und Frostchance das ist alles für ein Krab ich finde jetzt Unterstützung 3 irgendwie nicht ganz so geil, oder? muss ich das geil finden? ja, dann nehmen wir halt Kritt weil alles andere oh in den da bitte danke das machen wir so hallo danke die weg Kastomer da ist weg duschen klingt schon fies merkwürdig nicht gemacht, war zu doof dafür Luzes, hallöchen make it so wir haben zusammen äh, Schattenfelder ja, die sind sehr geil das ist Schattenanomalie, Jafar ähm die sind sehr schön, ja Schattenanomalie Schattenanomalie Felder haben was haben definitiv was für sich ich muss dann eh wieder nach da oben zurück das heißt wir gehen erstmal hier unten den Weg äh weiter naja, die kann man ja noch anpassen die kann man ja noch modifizieren, Jafar weißt du glaube ich zumindest so ganz schwarze ah, es könnte vom Schurken sein warte mal habe ich das zufällig? nee es gibt beim äh, beim Schurken gibt es glaube ich auch noch irgendwie sowas oder? ah, ich bin kann auch sein dass die Schattenanomalie so aussieht ist es was, was spielt er denn? also welche welche Waffe oder Waffen haben wir die Schattenanomalie das Schattenanomalie fällt vielleicht auch richtig auf Schattenschaden und noch drin dass das dann so schwarz wird Dolch also doch Dolch Blacklord sehr genial oh ja bis die Lens hier übelst varteilst oh nice ja Schatten Giftmage Anomalie Leichenexplosion wird sich hier jetzt schon beleidigt im Chat was ist denn hier los? so ich glaube das war alles was ich hier drin machen konnte suche die Männer von der Bruderschaft der Morgenröte oh warte da ich sollte vielleicht Feierabend machen ich sollte jetzt wo wir einen neuen Wegpunkt haben wir sollten Feierabend das ist nicht ich soll es nicht übertreiben mit voller was mit voller Leibe wird sich beleidigt yay ein Feierabend thank you very much so ja ich sollte ich sollte ich sollte echt auch wenn ich gerne ein bisschen rumzuscheln würde die Vernunft siegt Freunde die Vernunft siegt du musst doch alle lieb Vernunft wird überbewertet bisschen ja die Silent Hunter ich danke dir noch für den Follow dankeschön ich schicke euch zu Brownie rüber Brownie spielt Home Sweet Home Brownie hat also wie immer Angst vielleicht vielleicht auch nicht es gibt schon ein OP-Bild ohne zu spoilern aber das wird eh genervt ja es gibt mit Sicherheit so einige OP-Bilds und es werden mit Sicherheit so einige Sachen genervt und Silent danke noch für den Recept danke für neun Monate du darfst dieser kleinen süßen Klauschraube gerne einen Namen geben und ab jetzt beim Kokonianuschnie wird den Slacker Lassernier bestellen dankeschön das ist schon genervt das ist sogar schon genervt so vielen vielen Dank fürs Einschalten danke wir sehen uns morgen wieder morgen gibt es 7 days to die morgen Abend Abend morgen Abend gibt es 7 days to die da freue ich mich schon drauf da werden wir auch quasi Dinge schnetzeln ähnlich wie hier nur anders so bin ich hier nur anders bis zu spät es tut mir leid es tut mir leid danke danke fürs Dasein viel Spaß bei Brownie gute Nacht bye bye bye